Hey, wie sind wir jetzt hier unten? Womit ich denn jetzt? Hey, wir sind wieder im Dorf hier unten. Okay, why? Egal, komm mal her, stell dich mal hier so. Stell dich mal in die Richtung. So, hier zu mir direkt, komm mal her. Drück mal den Pfeil nach unten. Oder drück mal den Pfeil nach... Ah, die Kamera-App. Oder drück mal den Pfeil nach oben. Drück du mal den Pfeil nach oben. Hä? Also, jetzt raus da und den Pfeil nach oben drücken. Ist ja toll. Ja. Such dir mal irgendeine Pose aus. Ja, hab ich. Ähm... Ja, ich seh's, warte. Ähm, ich muss mal drehen. Oh Gott. Ich kann mich nicht bewegen, das ist so dumm. Wieso kann ich denn nicht... Hä, ich kann mich... Ich würd mich hier mal selber sehen. Ich seh dich, warte. Warte, warte. Ja, dann bleib mal so, bleib mal so. Warte. Wo machst du denn? Du wächst doch nicht die Pose. Ja, okay, ich mach jetzt so. Hier. Zack. Ähm... Warte. Wie geil! Okay, kannst du eine andere Pose machen? Nee, die geht nicht. Du brauchst eine andere. Du musst eine so machen und so die... Das ist auch... Äh, erschrickst du dich hier, oder wat? Ja, warte, warte. Oh mein Gott, Paparazzi. Oh mein Gott, Paparazzi. Oh mein Gott, Paparazzi. Warte. Warte mal, was ist denn das hier? Nee. Rrrr. Nee, warte. Kopf. Nee, okay, warte, warte, warte. Ich bündel nur. Moment. Gibt's noch mehr? Ich hab nur das. Okay, das ist ein bisschen witzig. Wie gut. Okay, das... Das feier ich ein bisschen. Wow. Hast du so ein Peace-Zeichen, oder so? Erstmal winken. So ein Peace-Zeichen? So... Oh Gott. Warte. Ähm... Das, wo du grad rumgeguckt... Wo du grad so rumgeguckt hast, ne? Könntest du das noch machen, wo du grad so rumgeguckt hast? Wo du grad zur Seite zu rechts geguckt hast? Hörst du das hier? Nein, das nicht. Hä? Oh, das ist toll. Das hier? Warte? Warte? Kannst du... Was hast du noch? Hast du noch andere Sachen? Klatschen! Klatschen! Ich muss klatschen! Klatschen! Blupfe Leckerli! Blupfe Leckerli! Blupfe Leckerli! Blupfe Leckerli! Was ist los? Also ich hab grad echt schöne Screenshots gemacht. Ist alles... Okay... Leckerli! Warte mal... Weißt du so, wenn man irgendwas Pinderkont fotografiert und hier vorne jemand padding guiert, ist, steht immer so das ist das falsche scheiße es gibt handherz guck mal guck mal das ist voll toll ja warte mal so bleib mal so ich kann ja mit der pose nicht wieder raus und jetzt so warte das ist toll moment und don't move ich muss das muss ich das muss ich oh mein gott das ist voll toll wie gut ist das denn bitte wie gut ist das einfach hast du einen stream an was nein okay gut das ist echt ein schönes bild aber wenn leute dieses video sehen und die die andere sicht sehen wollen der stream der ist eine video beschreibung wow warte mal so kann ich das ich wollte gerade etwas anderes machen okay dann machen wir was anderes okay leckerli leckerli muss los abseilig muss los wo bist du denn ich stand hier neben dir auf den weg geflogen hä ich bin wieder oben am ausgang zur stadt wie geflogen glaubt blubs charakter hat einen sprung kick zu viel ja ja nicht nur ein weißt du ich habe dir eben vorgelesen wie man fliegt aber denkst du ich weiß das noch ich laufe auf die karte gehen und dann auf dem pokémon sind da kriege ich da auf die karte überhaupt gibt sie ihn dann übtsilon 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 fliegen kommt das jetzt zu mir bitte ach ja ich habe übrigens per wundertausch nicht nur ein pico bekommen und dieses kam nicht nur ein rehabstar level 22 sondern auch ein weibliches trussler tatsächlich ach na guck ich muss immer ein wundertausch in sie ich will schon selber eins fangen das ist nicht das wahre so zure hier will ich tauschen ja so jetzt gehen wir über die stadt schon ich habe gar nicht richtig gedrückt auf zaubertausch starten instant fertig was hä ich verlaufe mich hier wirklich tani ich bin ein noob ein noob die opel von zero zero ich bin ein noob durch die tür lol ich soll das jetzt lassen hier ich krieg nur blödsinn ich muss das später weitermachen komm ich darf mich hier nicht aufhalten mit dem kleinen kram ja ja ist egal ich darf mich hier nicht aufhalten ich habe einen dummiesel bekommen mit japanischen namen etwa geil das sollte mir reichen die große ist die chance halt aus der ecke was zu bekommen ich bin in der stadt geil also was du mich suchst ich weiß nicht wo du gerade steckst ich überlege gerade ob ich das was ich würde ja schon nennen dass das kami habs mitnehmen ach das ding ist doch das kann doch bestimmt eh nix das begeistert mich aber auch noch nicht so wie warte mal ich sehe doch irgendwie kann ich hier ingame auch die bilder sehen die ich gemacht habe das stimmt oder warte mal ansonsten gehe ich kurz hier hin hier ist das album da sind die hier oder ja die sind hier oh mein gott warte ich muss kurz mal moment sekunde ich muss hier mal kurz das bild schicken moment oh hey kann man attacken ok wie kann man attacken sortieren ich check das grad nicht so attacken sortieren i don't know das ist halt so ein gutes poko volle ich war noch nicht was denn für eins kam ihr habs es kann halt nicht gekrittet werden es kann nicht gekrittet werden das ist so eine gute fähigkeit ok das ist echt cool das ist wirklich cool das klingt doch echt cool ach hier drin war ich stark ok das ist für die ecke wo ich stark war ich merke schon dass ich hier kränklich bin es ist echt ja dann mach mach sachte also krabbel mach ruhig hast dir Zeit ist irgendwie die jüngste mein rücken ich wusste dass du drauf anspringst ich wusste es ich wusste jetzt einfach da ist auch ein pokémon center ganz ehrlich das kannst du nicht pokémon center nehmen ganz ehrlich das ist einfach nur es ist ja auch mehr an diese pokostops angelegt an pokémon go glaube ich aber ich spiele edition und nicht pokémon go wenn ich pokémon go will dann spiele ich pokémon go ich gehe mal hier oben weiter ich komme jetzt auch mal mit da hoch ich bin jetzt auf dem großen platz ich glaube ich kann jetzt rein gehen oder ich komme jetzt mit hoch ach ich muss noch die kämpfe machen oh shit wie sehen meine pokémon aus ich müsste mal heilen eigentlich hier aufs dach nie wieder oh hier ist doch schon hier ist schon die cutscene das ist das beste pokémon als empfangskraft ach komm schon wenn du ein mitglied von teamstar wirst oh god ihr seht schon so behindert aus ihr seid die bösen oder kannst du so hell strahlen wie die sterne am himmel oh god bitte nicht wer ist er hat gar keinen bock sie hat gar keinen bock sorry oder er i don't know ich verstehe dich einfach nicht willst du denn nicht mit fantastischen freunden wie uns deine strahlende jungen zeit genießen oh god nicht wirklich jetzt hör mal her wir haben ein an werbungspensum zu erfüllen also mach keine faxen und tritt teams dabei alle mit diesen scheiß helmen würde euch keiner beitreten für hilfe eilen ich geh mal ganz kurz hier unten erstmal ins pokus center und dann eile ich dem typen zu hilfe das ist übrigens ein mädchen er hat einen rock an ja das heißt ja nicht dass es ein mädchen ist ist ja gut also hat mir jedenfalls gerade hier wer gesagt ok kann ich euch die seite nehmen einfach ja kann ich ok ich finde es lustig dass die genau in die richtung stehen weil einfach die wand ist die gucken die ganze gegen die wand die zwei ja schöner tag ne schöne steinwand da hat sich moos gebildet ok oh god was ist oh god bist du schon in der akademie tritt vielleicht wait 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 ich will mitkommen manchmal sind auf der karte pokémon symbole zu sehen was bedeutet dass sie sich an diesem ort eventuelle exemplare der jeweiligen pokémon art tummeln sieh dich dort also ruhig mal um ok das geile ist jedes mal wenn ich an das pokémon center gehe drängt die mir ratschläge auf wenn ich ein rad will dann frage ich dich oh jetzt hab ich schluck auf also drängt die mir das auf wenn ich ein rad will dann frage ich dich doch tja belastend krieg ich einen luftballon da kommt man kein luftballon immer einen luftballon ich weiß noch mal eben bevor ich jetzt hier die story weitermache so kann ich mir jetzt eine hilfe eilen zur hilfe eilen zur hilfe eilen gerade wir sind für teamstar wo jeder nach den sternen greifen kann oh gott ist das billig du hast bestimmt schon für uns gehört du hast mich für uns gehört nein was ist denn mit dir verkehrt jetzt bin ich teamstar schon feigetreten und muss mich trotzdem behandeln lassen wie der letzte dreck ja teamstar ist der letzte dreck also bitte es kann nicht angehen dass ihr uns nicht ernst nimmt wenn wir das einfach auf uns sitzen lassen ist teamstars ruf gleich im eimer ihr habt keinen ruf da bleibt uns keine andere wahl ein bisschen kämpfen recht hast du behaltet du das brillengesicht da drüben im auge what the fuck ich küre mich lange um die neue hier ich trete euch in den arsch wieso rennt ihr erstmal einen kilometer weg oh nein sie haben eine intro animation oh gott natürlich doch wie alle oh warte mal die musik ist gut die musik ist gut die musik ist gut die musik ist schon gut welches level haben die überhaupt äh ist tot ich habe es nicht gesehen kann nicht so hoch gewesen sein wie ich halt kaum noch exp bekomme ja wir sind massiv überlevelt total ich komme jetzt nur auf die ersten Arenen wie grauenhaft kann man denn aussehen was ist mit ihrem komischen Helm ja das ist ja dann muss ich wohl zeigen wo der Hammer hängt ich bin schon länger bei teamstar also mach dir auf was gefasst und gerade du bist one hit was ach sie uch die Schuhsprecherin die hat uns ja gerade noch gefehlt die schwächer ist ich also chillt hör mal das geht so nicht dann was fängst hier einfach an mit wildfremden Leuten zu kämpfen dafür bin ich doch da aber teamstar was oh sorry dann muss ich was falsch verstanden haben hast du die sind level 8 oh ok Level 8 ist natürlich ja das muss ich nur hinsehen das sind doch welche von Teamstar versucht ihr schon wieder Leute dazu zu zwingen eurem Team beizutreten ach und möglicherweise war das nicht nicht der Fall ah so ist das als Schuhsprecherin wäre es ja eigentlich meine Aufgabe diesen Aufbruch gleich zu unterbinden aber wenn du eh schon dabei bist überlasse ich die Lösung des Problems dir dann und zwar mit diesem super mega ultra geheimen Item was kommt jetzt au du erhältst einen Terra-Kristallorb jetzt kann ich das auch sind das Verbrauchsgegenstände oder äh ich denke mal nicht ne das ist einfach wie so ein Amulett alter wie geil ist das denn äh also Zeit für den Praxistest im Kampf findet man am besten heraus wie es funktioniert hä heißt das ich bin jetzt das Versuchsobjekt für die Terra-Kristall ja ja bist du als ob der wenn man 10 Level höher ist wenn dir das nicht passt kämpfst du gegen mich ach nö bei der 9 habe ich wenigstens noch eine Chance zu nein hast du nicht du hast ja bei dir eine Chance aber mir nicht hat er auch nur ein Pokémon Level 8 Level 10 oh nein die Anfangsanimation die Musik ist cool der Rest nicht ach die Zähne holy Terra-Kristallisierung in Paldea kommt es vor dass Pokémon kristallisieren dieses Phänomen wird Terra-Kristallisierung genannt wenn er im Kampf Terra-Kristallisierung aus um den Pokémon auszuwählen äh auszuwählen Terra-Kristallisierung Terra-Typ werden noch viel stärker als gewöhnlich nachdem du Terra-Kristallisierung ausgelöst hast kannst du sie erst dann erneut einsetzen wenn du dein Team bei Pokémon Sender geheilt hast überlege dir also gut wann du es nutzt also kann man es nur einmal nutzen und wenn man es benutzt hat muss man erst wieder zum Center ich Terra-Kristallisier mal ok boah Tani Terra-Kristallisierung weg ey mal gucken wie es aussieht jetzt ich bin gespannt ich will wissen wie es aussieht ok das sieht noch halbwegs hübsch aus halbwegs es geht schlimmer das geht viel schlimmer ciao ups komm dieser Helm ey der Helm ist schon schlimm wie sie mich anfeuert find ich gut ich hab hier nen Kumpel weggemacht die so die Stände leuchten so hell nicht für dich was ist denn los was machst du da oben schon wieder ich trigger hier Storyline scheiße du warst spitze und die Terra-Kristallisierung hast du auch super eingesetzt wenn du ein Pokémon von der Terra nimmst und manche Poké nehmen bei der Terra-Kristallisierung einen völlig anderen Typ an das eröffnet dir ganz neue Möglichkeiten und Strategien aber denk dran dass du deinen Terra-Kristallisierung nur auf jeden Einsatz wieder aufladen musst das geht super einfach bei jedem Pokémon Center kann ich davon mehrere haben dass ich es mehr als benutzen kann ich geh dann mal haste la vista oh Gott ähm Tito haste la vista nein ich muss dich jetzt erstmal einholen ey okay Team Star ist echt ne schräge Bande ja diese Gruppe besteht hauptsächlich aus frechen Schülern die gerne Unruhe stiften sie fehlen ständig im Unterricht und rasen wie die Bekloppten rücksichtslos durch die Gegend das könnte ich sein auch den Lehrern machen sie wohl große Sorgen das könnte so nicht sein Entschuldigung ich will ihren Rucksack haben vielen Dank ist das ein Rucksack was du da hast oder was ist das äh und tschüss die hat einen Rucksack ich will den Rucksack haben die hat einen fetten Evoli Rucksack kann ich den bitte haben der sieht voll geil aus ne ja den kann man sich doch safe kaufen oder den will ich ein Reel haben vielleicht würd nur mit dem Rucksack rumlaufen wenn du selbst noch neu bist eilst du anderen gleich zur Hilfe du bist echt ne Kohledocker dieses Mädchen habe ich hier noch nie gesehen vielleicht ist sie auch ein Neuzugang aber du hast den Evoli Rucksack gemerkt ja das sah ja extrem kuschelig aus ja also dann jetzt wo die Situation geklärt ist sollten wir uns langsam zur Akademie machen viel Erfolg beim Erklimmen von Paldeas Treppen des Grauens klingt gut so warte mal ich will noch mal kurz hier gucken hallo okay wir gebe ich zur Akademie Mo-ment mal ich muss mich nur umgucken sie haben sich viel Mühe gegeben finde ich die Stadt zu beleben so ein bisschen das war ja so die große Sorge es ist ganz oder sie haben es ganz okay gemacht finde ich es ist ihnen ganz okay genug für die Größe der Stadt reicht ein bisschen wenig Leute aber an sich ist es okay und hier spawnen einfach Leute vor mir okay und die Leute ruckeln teilweise ein bisschen durch die Gegend sobald die ein Stück weiter weg sind fangen die alle an zu ruckeln ja ist einfach komplett überlastet los ihr hinterher und ihr den Rucksack abzocken dann muss ich mich aber Team Star anschließen aber dann lieber nicht den Rucksack aber den Helm will ich nicht tragen nee das muss nicht Hatschi Riesus was? Hatschi Riesus? die Hüfte ich renn mal hier hoch Orange Academy gab's ich hab irgendwas mitbekommen gibt's nicht zwei Akademie? gibt's nicht ein Gegenstück zur Orange Akademie? gab's da nicht was? oder hab ich da was rechts? keine Ahnung ich dachte ich hätte irgendwas mitbekommen dass es noch ein Gegenstück eine andere Akademie gibt ich bin mir grad nicht sicher und das Tor ist offen Hallo die alle einen Enton haben äh gibt's hier irgendwas lass mal gucken ich renn erstmal rum und gucke ob ich hier irgendwas Blutmäßiges finde wie groß ist denn das Blutzuck? bitte? was hast du gesagt? ich gucke grad so ein bisschen random rum bist du ähm oben bei der Akademie oder wo bist du? ja spielst du außen? in der Akademie in der Akademie oh Gott die ist riesig ich seh's grade kann man da überall hin? hin drinnen? äh naja mal gucken was du davon hältst ok wenn du so anfängst also ja aber sehr also ja aber es ist nicht frei begehbar na gut hallo Enton oh die haben ein Observatorium ok ich mag dich wohl jetzt schon die haben ein Observatorium das mag ich jetzt schon kriegst du ein Zimmer hier drinnen? gibt's diesen Rucksack gibt's den in real? so einen fetten Evoli Rucksack bestimmt oder? bestimmt also mit dem Pelz so dran der Evoli Huse mit dem fetten Pelz den würd ich halt real auch tragen gar kein Problem komm an der Orange Akademie das hier ist die Eingangshalle dort am Empfang kannst du dich für die verschiedenen Kurse anmelden außerdem gelangt man von hier aus zu allen möglichen Einrichtungen innerhalb des Gebäudes kann man sich richtig Kurse aussuchen? scheinbar das wär geil das wär geil echt? ich will gleich in so einen Kurs hier rein die Eingangshalle ist so groß dass man hier problemlos Pokémon-Kämpfe abstreiten könnte findest du nicht auch? aber leider ist das laut Schulordnung verboten draußen ist ein riesen Platz ah Tani und Neemilia wie war eure Reise zur Akademie? einfach der Wahnsinn der Dank dafür gebührt wohl Neemilia unsere Akademie kann sehr stolz auf sie sein von unserer Schulsprecherin mit dem Champ-Rang hatte ich nichts anderes aber wenn die den Champ-Rang hatte dann Mahlzeit danke dass du unseren Neuzugang herumgeführt hast kein Problem immerhin sind wir doch Freundinnen ja schon oder fällt mir etwas ein wir sind Mitgliedern von Team Star begegnet wahrhaftig wo ist das gewesen? dieser Schock ey am unteren Ende der Stufen vom Eingangstor sie haben ein Mädchen mit einem Evoli-Rucksack in die Engel getrieben da sind Alarmierende Neuzugang sie sind immer noch da mach ich weg gar kein Problem vielleicht können wir die erstmal weg machen und dann machen wir die Arenen und dann gucken wir uns das erstmal an Tani hat es ihnen ordentlich gezeigt und sie verjagt ach interessant es ist gut anderen zu helfen aber vielleicht solltest du es zum Schulanfang erst einmal langsam angehen lassen ne denk bitte auch daran in solchen Fällen auf der Stelle einem Lehrer Bescheid zu sagen verstanden ein Mädchen mit einem Evoli-Rucksack meinst du? das wird wohl Cosima sein es ist schön zu hören dass sie zum Unterricht kommt noch eine Sache noch wärst du so gut Senior Jim von ihr eurer Begegnung mit Team Star zu berichten? er ist schließlich euer Klassenlehrer wird gemacht Direktor Claib ok ich merke gerade dass der Unterricht bald beginnt ihr zwei solltet auch geschwind zu eurem Klassenzimmer gehen ich weiß noch gar nicht wo ist denn mein Klassenzimmer? komm ich zeig dir den Weg zu unserer Klasse ok danke kann ich ein bisschen umgucken in der Schule ein bisschen? oder? ok ich bin direkt in der Klasse ein bisschen selbst die ruckeln neben mir what the fuck wieso ruckeln die alle? Alter das ist schon heftig wo sitze ich denn überhaupt? es ist gut gemacht es ist gut gemacht es ist gut gemacht also echt ich bin begeistert hier bisher guten morgen alle miteinander heute gibt es aufregende Neuigkeiten na seid ihr neugierig? na klar und wie oh jetzt kommt die Neue jetzt bin ich oh nein ich will nicht die Neue sein drück dich später ein aber ab heute haben wir einen Neuzugang in der Klasse ich hasse das aber ich bin auch neu wenn du ja aber guck mal wenn du so ne feste Klasse hast die schon ne und dann kommst du ja Neuzugang und du stellst dich vorne an die Klasse hin und dann boah ist das cringe oh ist das cringe tuschel flüster flüster ja hm was hast du für jemand ist? oh Gott ich will nicht du kannst reinkommen nur keine Scheu ich bleib draußen ich will nicht oh ist das cringe wärst du so nett dich vorzustellen oh Gott ist er noch schlimmer oh Gott flüster flüster oh Gott die scheint ja gut drauf zu sein schon reden sie mit deinem Rücken erst das ist so schlimm du hast offenbar das Interesse der ganzen Klasse geweckt oh bitte nicht hat denn jemand eine Frage an eure neue Klassenkameradin? ich ich darf ich? oh Gott was magst du an Pokémon? das Sammeln die Kämpfe mit ihnen zu spielen einfach alles alles wirklich ich auch na noch jemand eine Frage oh hä der warum steht sie jetzt auf? du hast dich ja dazu entschlossen an unsere Akademie zu kommen also was ist dein Ziel für die Zukunft? ich möchte im Publikum vorstellen ich möchte eine starke Trainerin werden ich möchte Meisterin werden so der Klassiker ich möchte eine starke Trainerin werden das wirst du bestimmt ganz sicher du und ich wir werden zusammen die allerstärksten nein du wirst irgendwo auf der Strecke bleiben danke dass du uns ein bisschen was über dich verraten hast ich bin Jim der Biologie Lehrer der Akademie und außerdem dein Klassenlehrer du erinnerst mich an den Typen mit dem Rucksack dein Platz ist dort in der zweiten Reihe in der zweite Reihe kriege ich mal die erste Reihe also dann ich hoffe ihr kommen alle gut miteinander aus und lernt gleich nicht zusammen ich find's sehr cool dass du halt auch grad hier einmal dein Story machen kannst und wir in derselben Welt rumlatschen Alter hab ich mich grad erschrocken das ist halt wirklich so die Vorstufe zum LMO das ist halt schon also wenn die echt bei Gen 10 das echt umsetzen wollen das wär schon sehr geil ja wo hast du das denn gehört? das stand irgendwo ein zwei Seiten hab ich das irgendwo ich weiss nicht mehr früh wenn ich früh im Bett noch so Google durchscrolle da krieg ich immer solche Sachen ich frage mich nicht wie die Seiten hießen du kannst jetzt frei die Akademie erkunden okay du kannst nun am Biokurs du kannst nun am Mathematikkurs teilnehmen du kannst nun am Kampfkurs teilnehmen hallo hallo was? kann ich ähm muss ich mich nicht hinsetzen und irgendwie mit Unterricht machen? okay alle bleiben sitzen ich verzieh mich gut du kannst dich jetzt innerhalb der Akademie wägen Orte an denen auf der Karte Personen zu sehen sind können etwas interessantes für dich bereithalten such dir dein erstes Ziel aus und fang an zu erkunden Mensa Lehrerzimmer da ist das der Typ Mensa da ist das der Typ lol okay das sind so Abschnitte und du schaltest immer mehr Abschnitte frei das find ich aber auch so cool das ist aber übelst groß ne also das sind noch richtig viele Punkte ich seh's schon da gibt's ja da kommen noch äh das sind jetzt drei eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn Punkte wenn ich mich nicht verzählt habe gehen wir erstmal ins Lehrerzimmer und dann die Mensa den Typen das kann ich mir als zuletzt geben will ich mich vielleicht wieder prüfen oder so oh Leute Nintendo Chapeau ähm der mit den langen Haaren und die mit den langen Haaren ist das nicht ne ne das ist der nicht ne das ist nicht ne okay das ist nicht der alles gut ich dachte grad schon ne das ist der lange Haaren wo ich dies gehe das hat mich an diesen aus Schwert und Schild diesen Rocker Typen erinnert daran dachte ich auch eben ich weiß nicht auch ist das das? lol ich hatte gedacht ist das das? ah ist er nicht nun gut ich zähle auf dich Champ Namilia vielen Dank dass du diese Aufgabe übernimmst ich hab gehofft das wäre das wäre so coole Verbindung so weißt du siehst du was anderes macht ist halt hierher gegangen aber klar doch überlassen sie das ruhig mir ich freue mich schon richtig drauf sehr schön dann wünsche ich dir viel Erfolg auf Wiedersehen ich sehe die wirkt komisch hi oh Verzeihung Frage gab es eigentlich jemals in dem Pokemon Spiel dann einen Charakter der im vorherigen Spiel mit dabei war also in einem der vorherigen Spiele mit dabei war so dass man sagst du oh den kenne ich ja als vorher irgendwie teile äh ja 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 da gab es einige tatsächlich ok es gab in in Ultra Sonne Ultramond gab es diesen Charakter aus der dritten Gen wo bestätigt wird dass es Paralleluniversen gibt weil sie ist da durchgereist und sie erzählt quasi von einer Region die es in der Welt nicht gibt ok also Region von einer Sache die es da nicht gibt ok krass wo da in Let's Go stehen stehen glaube ich welche aus Sonne und Mond und so wer war das was für eine coole Person wer war das kein Wunder dass sie deine Neugierd geweckt hat das war die Nummer 1 und sie ist echt der Wahnsinn ich wäre auch gern so stark und cool wie sie die ist bald Nummer 2 in schwarz und schwarz 2 ok aber da bin ich nicht die einzige jeder Pokemon Trainer himmelt sie an ich himmle sie nicht an ich will sie besiegen übrigens erinnerst du dich noch daran was ich dich vorhin im Klassenzimmer gefragt habe du hast doch gesagt dass dein Ziel sei eine starke Trainerin zu werden oder? ich hab da eine Idee willst du nicht auf uns suchen ebenso wie ich den Champ Rang zu erreichen? ja klar echt das ging ja flott aber lass mich erstmal erklären was es damit auf sich hat wen muss ich besiegen ich mach sie alle weg Trainer die den Champ Rang wollen trainieren ihre Pokemon bis sie unglaublich stark sind sie sind echte Kampfprofis und die Attacken ihrer Pokemon fesseln jeden Zuschauer übertreibs nicht wenn du von der Pokemon Liga anerkannt wirst zeichnen sie dich mit dem Champ Rang aus ok um dieses Ziel zu erreichen genügt es nicht nur am Unterricht teilzunehmen du musst alle 8 Pokemon Arenen bezwingen und dir so die jeweiligen Arenaorten warte mal heißt das sie hat das schon gemacht sie hat alle 8 Arenenorten? ja was ist denn ein Champ Rang? wie verarschen oh Gott nicht auch gegen Rot und Blau kämpfen? hm weiß ich nicht und dann gibt es noch eine letzte Hürde die du überwinden musst die Champ Prüfung wenn du die bestehst erhältst du ganz offiziell den Champ Rang der Titel ist eine echte Auszeichnung und der Traum eines jeden Pokemon Trainers ok ich will jetzt hier nicht rumprallen aber bei der letzten Schatzsuche habe ich den Champ Rang erreicht Schatzsuche? achja die Schatzsuche ist eine besondere freie Projektarbeit die bald wieder los geht das letzte Mal fing sie gleich nach der Aufnahme in die Akademie an man ist dafür außerhalb der Akademie unterwegs und erlebt allerlei Abenteuer und lernt ganz auf eigene Faust das ist ein Heiden ja das will ich machen ich hab mal kurz wo ich so drüber nachdenke vielleicht war ja diese Erfahrung an sich der Schatz die mich gesucht habe ja die Titel doch eh nur ja wahrscheinlich jedenfalls habe ich das Gefühl durch dich noch stärker werden zu können versuch's ruhig weißt du was ich trage die Arenen einfach schon mal in deiner Karte ein ja bitte trag ein das mit den Rotom-Handys finde ich irgendwie cool ja Rotom hat sich da so eingebaut als Handy äh gibt es hier wieder einen Unterschied eigentlich zur Purple Edition dass es hier wieder andere Arenen gibt eine andere bei der Schild war es ja so ich weiß nicht wo sind wir gerade wir sind da unten gerade ne ok es gibt vier Leuchttürme anschein rot rot blau grün und gelb orange Raffosser Arena Wasser Käfer Psycho Normal Geist Eis Elektro Pflanze weil was Boladin Arena ich hab Borderline Arena gelesen Alter das kannst du dich ausdenken ähm wir sind dort ja erstmal nach links oder erstmal die Käfer-Arena Psycho-Arena und Wasser-Arena war die normale da kämen wir erst rechts rüber so hat der Arenen wurde auf deiner Karte eingetragen wir gehen dann zusammen oder? ja ja dass sie das schon hat ja es macht wirklich so null Sinn es macht so null Sinn dass sie noch keinen Pokémon bei der Akademie bekommen hatte dann denk mal drüber nach das halt das erste ist was man immer macht das ist irgendwie weird dass sie keins bekommen hätte riaolo habe ich auch schon eins ja krass und so richtig krass krass am Rebo cheat wohin möchtest du es noch gehen ähm ach nein nicht der Typ ja ich geh da hin jetzt ist wieder irgendeine Scheiße von ihm um die Ecke gekommen wehe dir mampf 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 oh krieg ich was zu essen nachher hast du schon fleißig gelernt was darf es sein oh ich hab so krass gelernt oh warte mal ich muss das noch bezahlen ich geh hier zur Schule alter inferno Sandwich ich geh zur Schule musst du zahlen Gewürzkuchen Sandwich Eiersalat Sandwich und Eiersalat Sandwich ist auch lecker aber Inferno Sandwich klingt da sind Peperonis drauf oder? Erdnussbutter Sandwich oh ne Erdnussbutter da kannst du mich mit jagen ey ist das wirklich Obst? nein es ist Kunstobst wer ist das hier? nein will ich nicht stopp nein stopp stopp ich bin hier bei oh ich bin gleich ich beeil mich nein du brauchst dich nicht beeilen nicht beeilen, spielst du so trifft man sich wieder ich will die Arenen machen ich will los weißt du noch wer ich bin? der vom Leuchtturm kennen wir uns? kennen wir uns? echt jetzt? ich hab dir doch den Pokéball von Caraidon gegeben hatte ich mich da etwa gar nicht vorgestellt doch aber ist mir egal ich heiße Pepper du brauchst dich keine Idee ist mal wenn ich ihn treffe äh so tun als kenne ich ihn nicht das wäre voll witzig du brauchst dich nicht vorstellen dein Name ist keine stimmt's? die ganze Akademie redet über dich weil du zusammen mit der Schulsprecherin hier angekreuzt bist toll ich bin schon wieder mittelbohr ich will nicht das ist noch peinlicher als alles andere als wenn du alleine vor der Klasse stehst alter normalerweise setze ich keinen Fuß in die Akademie aber ich habe habe extra eine Ausnahme gemacht um mit dich kleine Berühmtheit zu treffen ich hätte da nämlich eine Bitte könntest du mir deine Stärke leihen um meine Träume Wirklichkeit wehren zu lassen? wovon redest du? da hab ich dich neugierig gemacht war es ja ein bisschen das wird dich jetzt vielleicht überraschen aber ich liebe Picknicks und in der Küche stelle ich mir auch nicht schlecht an ich recherchiere im Moment Gerichte die Pokémon wieder gesund machen letztens habe ich in einem Buch ein Kapitel über Gewürze gelesen die einen ganz flotten Fit machen sollen wenn man sie sich zusichnet sie werden Geheimgewürze genannt von diesen Geheimgewürzen soll es insgesamt 5 verschiedene Arten geben man braucht nur an dem Gewürzpulver zu lecken und schwupp der Körper erhält Nährstoffe der Kreislauf kommt in Schwung der Altersprozess wird verlangsamt und das Immunsystem wird stärker ja klar angeblich sollen es die Gewürze nur hier in Paldea geben und sie sind super selten ist das eins der Stränge? die Gewürze sammeln? ja ok aber die Geheimgewürze werden wohl von sogenannten Herrscher-Pokémon bewacht deshalb bekommt man sie nicht so leicht in die Finger was sind denn Herrscher-Pokémon? ich könnte mir vorstellen, dass diese Herrscher-Pokémon ungefähr so aussehen was? die Monster von Zone 0 was bist du? sonderbare Pokémon bevölkern Zone 0 wir steigen tiefer hinab und erblicken riesige Wesen von großer Brutalität die kaum Pokémon ähneln jedoch mussten wir uns vorerst zurückziehen da ein Mitglied des Trupps bei einem Angriff dieser Kreaturen schwere Verletzungen erlitten hat ok es ist doch ein Don ist das nicht ein Donphan? also ein mutiertes Donphan mit riesen Zähnen mit riesen Hauern durch Zufall gelang ein Mitglied des Observations-Trupps dieses Foto zwar ändert die Kreatur entfernt den Pokémon Donphan doch der enorme Körpergröße sowie der Form des Zurückkennens nachzuurteilen muss es sich hierbei um eine separate Spezies handeln die Stoßzähne sind von gewaltigem Ausmaß cool cool besondere Version oder was von Pokémon? ich würde die Gewürze ja gerne selber beschaffen aber Pokémon-Campus sind nicht meine Stärke warum hast du dann den Pokéball von dem Leggy? Freunde mit starken Pokémon habe ich auch keine und die Schul-Sprecherin will ich nicht um Hilfe bitten warum? aber du scheinst eine gute Kandidatin zu sein deshalb wollte ich dich fragen ob du mir dabei helfen würdest ok klingt cool mach ich halt, Moment du musst mir nicht jetzt sofort antworten lass mich einfach schon mal die Urte auf deiner Karte markieren an denen sich die Herrscher-Pokémon vermutlich rumtreiben der hat noch eine coole Handy-Höller oh der hat noch eine schöne Handy-Höller ok wir haben glaube ich auch noch eine andere weil wir Vorbesteller ja waren ich habe keine gesehen wo gibt es denn die oder wann kriegen wir die denn? irgendwo kann man sich die holen aber ich weiß nicht wo Herrscher der Drachentäuschung ok Herrscher der bebenden Erde das wird das Don-Fan-Ding sein Herrscher der Steinklipper ich glaube wir müssen rechts rumlaufen kann das sein? der Pfad der Legenden das klingt interessant interesting ob wir eigentlich rechts rausgehen erstmal rechts rumlaufen oder können wir uns das aussuchen? wenn wir hier irgendwann mal fertig sind dir später aber hier nimm das ein kleines Dankeschön dafür dass du mir zugehört hast du weißt du einen sechsten Sternenstaub oh ich liebe diese Sternenstaub und Sternenstücke Zeugs ich liebe das ich weiß nicht warum ich mag das es ist so toll das habe ich auch in unserem Pokémon Spiel habe ich das auch schon ein bisschen eingebaut und habe da auch einiges mit geplant muss ja mal das sammeln und fahren dass man damit ein bisschen was machen kann da habe ich ein paar Ideen da-ding 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 was? wer ruft an? Tani du hältst diesen Anruf weil ich dein Handy gehackt habe gehackt? das heißt lass ich vorübergehend die Kontrolle über dein Telefon das weiß ich was Hacken heißt mein Name ist Cassio Paya ich weiß wer du bist eine Pokémon Trainerin mit viel Potenzial dieses Potenzial habe ich erkannt und möchte dich daher um etwas bitten wirst du die Frau die gerade an uns vorbeigelaufen ist die sich mit einen langen schrotzen Hand du kennst doch sicher Teamstar ja dann ist die Sache schnell erklärt ok Teamstar wurde von Schülern der Akademie gegründet die auf die Schiebebahn geraten sind wir sollen die Bosse weg machen sie verbreiten Unruhe in der Akademie und machen nichts als Ärger dieses Verhalten kann ich nicht weiter dulden mein Ziel ist das Teamstar aufzulösen und in Sternenstaub zu verwandeln wow der Name dieses Unterfanges lautet Operation Stardust sehr kreativ Riesenplan benötigt ich verpündete denkst du nicht auch dass du die Richtige dafür wärst ok mach mit also die ersten Tage in der in der Schule erstmal hier einfach überall dabei musst du dich jetzt sofort entscheiden mehr Informationen erhältst du später es gibt drei Stränge natürlich mache ich die drei Stränge das war vorerst alles bis zum nächsten Mal oh ah Tani hi bitte achte darauf etwas leises zu sprechen wenn du in der Akademie einen Anruf entgegen nimmst Entschuldigung nächstes Mal passe ich auf ich hecke auch immer die Smartphones von Leuten die ich um den Gefallen bitten will du willst doch nicht dass jemand deine private Gespräche mithört gefährlich sein heutzutage muss man auf so vieles Acht geben man hat es wirklich nicht leicht nun denn auf Wann ich will gern wissen was er für 6 Pokémon dabei sich trägt hm er mit seinen Premierwellen oder ja ja was hat er in den Premierwellen drin tja das ist ein interessantes Detail an seinem äußeren echt neugierig ding 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 die Schulglocke Tani wird gebeten sich umgehen ins Büro des Direktors zu geben scheiß ist das real was warte 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 was oh god Tani ja bitte alles gut hm 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 ist alles toll scheiß ist das real wieso ist das denn real ich wiederhole Tani wird gebeten sich umgehen ins Büro des Direktors zu geben fuck das Spiel ist so weird es ist schon ein bisschen creepy und cringe wieso? wirst du etwas loswerden? nö 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 es ist einfach das Spiel an sich ist nennen wir es interesting ähm so und jetzt wo bist du denn? ich bin jetzt unter der Eingangshalle bist du auch hier drin? kann man sich sehen? ne ich war schon im Büro des Direktors morgen Tani welchen Kurs möchtest du besuchen? Biologie, Mathematik, Kampfkurs ähm ich will wo ist das Büro des Direktors? irgendwo oben oder? wo ist das Büro des Direktors? das ist wieder das das alle von diesen Punkten äh wie komme ich denn auf die Punkte Dinger? hier mit? wo möchtest du gehen? ah ja hier hier Büro des Direktors wirst du den Outcourt von der ganzen Schule? ja es ist also schon schwierig jetzt vorstelle die ganze Schule was hat sie angestellt? ich find cringy passt schon ganz gut ja da bist du ja danke dass du hergekommen bist hätten sie mir das nicht vor 5 Minuten in der die Kapitalierer sagen können gefällt es dir an der Orange Akademie? ich bin seit 5 Minuten hier ich hab keine Ahnung das ist doch wahr aber das freut mich ungemein zu hören als ob ich jetzt nein sagen würde fliege ich von der Schule hallo? da sag ich ja du fragst dich bestimmt warum wir uns nicht vorhin in der Mensa hätten unterhalten können doch es gibt einen bestimmten Grund aus dem ich dich hergebeten habe eine Freundin von mir hat etwas wichtiges mit dir zu besprechen musst du wissen lass mich raten die mir dann einen Dank schwarzen Namen oh sie befindet sich nicht hier in diesem Raum Moment ich stelle die Verbindung her ok oh digital cool ja hi wie er sieht die Frisur ist cool hallo es freut mich dich kennenzulernen ich bin Professor Antyka ah ich erforsche die Pokémon im Inneren das Schlunz von Paldea das Schlunz? noch irgendwas Neues? ok oder wie es auch genannt wird Zone Null ach die hängt damit zusammen lol ah dann ist das Gebäude bestimmt da kommen sie über das Gebäude in den Schlund rein ah was ich da gesehen habe an dem Kader ok ok mhm kennst du den Anime ähm Made in Abyss oder so? ja der ist cool ich wollte auf eine zweite Staffel ich hab also ich fand ihn leider nicht so gut ich äh mich hat das mit den kleinen Kindern übelst getriggert ich mag das überhaupt nicht aber ich fand das Prinzip cool und das erinnert mich grad übelst daran es ich fand es cool oder? ja schon doch 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 so ein Schlund immer weiter runter misteriöse Wesen ja ja das Ding ist beim Aufsteigen gibt's dann Probleme gucken ob das hier auch so ist Rosa Antiqua ist eine Absolventin der Akademie und eine hervorragende Forscherin im Spiel mit dem vernünftigen Modegeschmack ich find ihre Frisur cool die Kette ist cool Klamotten seh ich nicht ich komm sofort zum Punkt ah nee äh was was Matrikelnummer äh was du trägst ein ungewöhnliches Pokémon namens Chorailon bei dir nicht wahr? nein ok ja ich danke dir für deine Kooperation und bestätige die Aussage ok äh Verzeihung das hier soll kein Verhör sein genau genommen möchte ich dich um etwas bitten um was bitten aber du hast gekrabbelt ey da ist es schon aufgetaucht ok das ging schnell wir haben uns lange nicht mehr gesehen was schön dass es sehr gut zu gehen scheint ah das ist ihr was wird das ihr? scheint so 20 Chorailon in meiner Obhut solltest du wissen ah auch der Ball den du da trägst gehört mir du hast ihn von einem jungen Mann namens Pepper erhalten nicht wahr? leider bin ich derzeit nicht in der Lage mich um dieses Pokémon zu kümmern daher habe ich eine Bitte würdest du an meiner Stadt gut auf Chorailon Acht geben? kann ich machen ok ich hätte Nein sagen können das wäre cool hätte das was gebracht hätte ich Nein gesagt wahrscheinlich im Augenblick ist Chorailon geschwächt und nicht imstande zu kämpfen es scheint zumindest seine Reitform annehmen zu können die auf Fortbewegung spezialisiert ist aber es wird wohl eine Weile dauern bis es all seine Kraft wieder zurück gewinnt ich kann es mit Sandwiches vollstopfen vielleicht geht es dann könntest du kurz dein Smartphone fräß ja weiß doch nicht ich glaube die ist auch froh dass sie die Schuluniform hinter sich lassen konnte ja ich hätte gerne solche Klamotten das wäre mir lieber du wirst von nun an regelmäßig von mir hören damit ich mich nach dem Stand der Dinge erkundigen kann ok ok tschüss ich glaube was hat die hinten in den Haaren gehabt so Dreadlock Zöpfe mega cool seitdem gehörst du jetzt mir hi kommt dieses Pokémon etwa aus so null oh mein Gott ist das die Möglichkeit natürlich soll das etwa heißen du du warst da unten im Schlund oh mein Gott du warst in diesem anderen Anime wie hieß bei Made in Dippets die Mutter von dem Hauptcharakter ich habe nur die ersten ein, zwei Folgen gesehen ich kenne das gar nicht also ich kann ja nicht helfen später wird es wirklich cool ich habe mir die ersten irgendwie ein, zwei Folgen reingequält aber diese Kinder sind mir so auf den Sack gegangen später hast du halt bloß die und den, den Jungen dann geht das dann kommen viele Erwachsene immer wieder mit dazu dann geht das wirklich vielleicht gebe ich noch eine Chance aber anvertraut natürlich wird die Akademie dich dabei nachkräftem unterstützen verlang jetzt nämlich nicht ausruft ist alles gut ich hoffe dass du deinen Alltag an der Akademie gemeinsam mit Korailon genießen wirst ich bin die neue Schülerin die schon mal ausgerufen wurde vom Direx und ein Lechi Pokémon in der Tasche hat das kann ja nur gut werden Hallo, entschuldigung die Störung Hi Ach hier bist du Kaum kommst du hier an und schon wirst du zum Direktor zitiert Ja, das hast du nur angestellt Frag nicht Ich mach nur Spaß Der Jim hat mir aufgetragen dass ich dir dein Zimmer zeigen soll Ich kriege wirklich ein Zimmer? Das ist dein ganz eigenes Reich hier an der Akademie Am besten gehen wir gleich Stehst du jetzt in meinem Zimmer creepy rum? Nicht in deinen, in meinem Okay Dein Zimmer ist da hinten Okay Let's go Ich find's schade dass es ein neues legendäres Pokémon gibt was aber ja zumindest den Großteil des Spielers nur als Transportmittel AKVM-Sklar bedient Tada! Das ist mein Zimmer ich hab so ne eigene Küche und alles Willst du mich verarschen? Geil, oder? Ist das nicht ein Wur... also Okay die Akademie hat zu viel Geld Ich find das gut aber die hat trotzdem viel zu viel Geld Das ist akademie dein Zimmer Okay es wäre creepy wenn ich dich hier sehen würde Schon Ich tu grad so als würde ich jede Ecke davon kennen Aber dabei war ich selbst noch nie hier drin Aber seh nicht alle Zimmer so aus? Hast du nicht auch so ein Zimmer? Ah ne du wohnst aber bei deinem Paps Bestimmt bist du von den ganzen Trubel deines ersten Tages hier fix und fertig Weil doch gleich mal dein Bett ein und ruht dich etwas aus Muss nicht ich will los Wenn du dich schlafen legst Wir müssen Mach das nicht nur dich wieder fit Sondern auch deine Pokémon Was müssen wir? Ich will nicht wenn das wie wir... Das nervt mich sowas Alles klar wir sehen uns morgen Wenn du wieder in Form bist Dann können wir auch kämpfen So viel wir wollen Also chill mit Ö Oh Gott Chill mit Ö Was hat sie nicht gesagt? Also hat jeder so ein Zimmer hier? Sie will kämpfen Okay ich pack schon mal mein Flamingo nach vorne Der one-shottet alles ey Das ist deine ganz eigene Küche Darf ich kochen? Ja tolle eigene Küche Es wirkt aber so als könnte ich hier überall dekorieren und Zeug hinstellen ne? Mikrowelle das ist wichtig für mich Hier geht es in dein Badezimmer Du solltest es immer sauber halten Das ist eine Akademie Ich hab... What? The fuck? Bin ich Promi oder so? Besondere Schülerin? Ja Du bist Twitch-Streamerin Ich spiel's verarschen Du bist YouTuber Ich spiel's um ein Date zu machen Oh das ist lustig ey Oh Gott ey Wie ist deine Fanpost? Weißt du? Wenn das kleine Kinder spielen ne? Die sagen das hier Wenn die Mamm dann irgendwann sagt so Hey willst du mal auf die Uni gehen oder so Und das geht so Boah ja geil Und das kommt da an irgendwann Ne so semi-erwachsen Ja oder Das ist bei der Schule so Ich hab' ich mit eigenes Zimmer Hey zur Schule eigenes Zimmer Und dann liegst du da drinnen mit vier anderen drin Weißt du keine Küche, kein Bad Bis vor wenn du dein Bett hast und nen Schrank Das ist schon ein bisschen Ah An diesem Tisch kannst du hervorragend lernen Es gibt genug Platz um Sachen drauf zu nehmen Ja Möchtest du dich schlafen legen um deinen Schultag gut ausruhen zu sein Let's go Jetzt hätte ich ne Wahl Ich muss ja Ich muss ja, ich werd gezwungen zu pennen Aber cool oder? Das mit den Strängen Ja, es gefällt mir Das ist ne coole Das geht aber schon so in diese RPG-Richtung Ja, ja Und dann so ein abgegrenztes Studentenwohnheim Ja Nun ist der Tag gekommen Ich hab' vergessen zu lesen Scheiße Das Ding ist aber, wenn das jetzt wirklich so Wenn ich jetzt so special hier bin, ne? Oder wir Die anderen hassen uns doch jetzt schon deswegen Das fängt doch schon richtig scheiße an Dann durchsagen alle Schüler Heute beginnt die freie Projektarbeit Alle Schüler werden gebeten, sich für weitere Details auf die Verplätze zu sammeln Gibt's jetzt wie in so einem Anime mit so Kräften und so Erstmal so ein Training, dass jeder seine Kampfkraft zeigen kann Ja, wie bei Hero Academia Ja, das wär voll geil Wir sind ja auch in Klasse 1A, ne? Echt? Ja, stimmt Hast du's nicht gesehen? Lol Ja doch, hier ist was du sagst Okay, jetzt wird's grad noch besser Die Projektarbeit fängt an Ich könnte platzen vor Freude oder sowas Lass uns gehen Können wir jetzt kämpfen? Gegen alle? Ich mach alle weg Ich mach die ganze Schule weg Gar kein Problem Also sie hat wirklich alle 8 Orten und hat das geschafft mit dem Champ-Ding So glaub ich ihr das trotzdem nicht Ich glaub ich das irgendwie nicht, keine Ahnung Warte mal, der Sportplatz ist im Turm oben drin Hey, der Sportplatz ist im Turm oben drin? Okay Cringe Sind alle anwesend, hervorragend Ich erkläre euch nun, was es mit euren freien Projektarbeiten auf sich hat Bist du jetzt Omit hier oben? Ja Auch dieses Jahr lautet das Thema Schatzsuche Hast du eine Aufnahme noch laufen eigentlich? Klar Ich möchte, dass jeder von euch in die Welt zieht Und seinen ganz individuellen Schatz sucht Ihr alle habt euch an der Academie viel neues Wissen angeeignet Ich hab noch gar nichts gemacht, ich bin gerade angekommen, war noch nicht mehr am Kurs Mit Überleven-Pokémon Den Blick den Horizont zu richten und die Welt zu entdecken Erkundet die öpige Natur und die reiche Kultur von Phaidea, ich bin dabei Macht Bekanntschaft mit den Pokémon, die hier leben Ich bin sowas von dabei Und lernt die vielen Menschen kennen, für die diese Region ihrer Himmel darstellt Wohin wird eure Reise gehen? Wohin werdet ihr euch begegnen? Nur ihr und eure Pokémon Okay Gemeinsam reisen So eine kleine Grinsbacke Schön Findet euren ganz individuellen Schatz und kehrt dann hierher zurück Ich bin mir sicher, dass ihr durch die freie Projektarbeit hinaus wachsen werdet Ich bin schon sehr gespannt, was aus euch geworden ist, wenn wir uns wiedersehen In diesem Sinne, möge dich Hatsuche beginnen Vielerfuck Ich finde das gerade ein bisschen lustig, ne? Ich bin vor einem Tag an die Akademie gekommen Ich wurde gehackt, ich wurde vom Direx ausgerufen Ich habe ein Lechi Pokémon bekommen Und am zweiten Tag wurde ich rausgeschmissen und soll in die Welt gehen Ja, die haben sich halt ein Thema angeguckt Ach du Scheiße, ja los komm, geh raus Was hast du denn alles gemacht? Lol, was ist das? Hä? Ist das die kleinere Form von meinem Lechi? Das fragt die mich auch Auf geht's, die Freiheit ruft Also ist das gar kein Lechi? Komm Mopex, reiten wir los Ist das gar kein Lechi in dem Sinne? Gibt es davon mehr? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Lechi sind Also Lechi sind ja immer auf dem Cover Deswegen dachte ich, es wäre Lechi Ist auch gar kein Lechi, ne? Boah, ich bin so durch, ey Und bitte denkt daran, dass das Betreten des Schlunds von Badea Ein Verstoß gegen die Schulordnung ist Ich mach nen Kopper rein Boah, ich nehme das Lechi weg Wo geht's zum Schlund, Leute? Auf geht's! Angriffe! Dieser Ort ist viel zu gefährlich Auf in den Schlund Jungs, wir lachen Wir rennen jetzt erstmal die Arena ab Oder gehen erstmal nach Osten Und gucken Ähm, so, ich bin hier Wo bist du? Ich bin in der Wissen-Catsseeing gefangen Ich bin 3 Meter gelaufen Ich warte hier vorne auf dich Zwischen den Schülern Ich stehe hier von irgendwo Ich nehme an, du tauchst gleich hier auf Vermute ich mal Nein, ich bin 3 Meter nach vorne gelaufen Da ist eine Katze Ich weiß genau, wonach ich es suchen werde Ich werde Nach Macht und Ruhm suchen Goat, wo, was? Was? Du suchst also nach einem Strohhut Und Ropex im Ernst jetzt Warum, Leani? Was ist da? Ich suche nach einem Schatz In One Piece Jetzt können wir endlich auf Schatzsuche gehen Yippie! Was, äh, denn führt ein Schatz? Stimmt, das kennst du ja auch noch nicht Komm, ich erkläre dir alles auf dem Weg Okay Die Schatzsuche ist das wichtigste Ereignis an der Orange Academy Aber trotz des Namens muss am Ende deiner Schatzsuche nicht unbedingt ein greifbarer Schatz liegen Okay Okay Ja, wie das One Piece, ne? Es ist ja nur die Reise Halt die Kusche, das ist nicht so Nicht witzig Gar nicht witzig Ist das denn? Wegen Moped Lol Oh, Tani ist verstanden Das ist nicht dein Ernst Tani hat's verstanden Die Leitung war sehr lang, aber Wirklich? Oh Gott ist das Ich hab extra nichts gesagt Das schreckt mich nicht auf, ne? Es ist Pokémon Es geht darum, Paldea frei zu erkunden und dabei alle möglichen Erfahrungen zu sammeln Du kannst zum Beispiel Arenaleiter herausfordern oder Leuten in Not helfen Und klar, wenn du einen richtigen, echten Schatz suchen willst, nur zu Gibt's hier irgendwie Legendenüberschätzung oder so? Auf diese Weise lernt man vieles, was man an der Akademie sonst nicht beigebracht bekommt Warum wird man am zweiten Tag rausgekickt, alles klar Es gibt auch viele Gelegenheiten zu kämpfen, das ist ideal für mich Aber ohne Scheiß, das Prinzip von der Akademie finde ich klasse Du gehst da rein, kriegst ein Zimmer, wirst rausgeschmissen Geh in die Welt, gönn dir Lern die Welt Finde ich gut Richtig gut Wenn wir uns auf unsere Schatzruhe begegnen, musst du unbedingt gegen mich kämpfen, ja? Nö, doch ja Na klar Bist du mein Rivalin, also muss ja Achja, wusstest du schon, dass du mit der Karten-App auf deinem Handy deine Ziele markieren kannst? Muss nicht sein Ich hab dir ja letztens die Arenen auf der Karte eingetragen, oder? Wie wär's, wenn du sie als Zielort markierst? Treffe uns unten auf dem Platz Oh, so, so, Namilia Von dir als Schulspielerin hätte ich nicht erwartet, dass du versuchst, einer Schülerin einen unfairen Vorteil zu verschaffen Was? Unfairer Vorteil? Weil mir was markiert auf der Karte? Was willst du, Junge? Das, weil du es nicht kannst? Was heißt denn hier unfairer Vorteil? Außerdem ist Lauschen auch nicht gerade die feine Art Ne, nur etwas empfohlen Sie wird schon selbst entscheiden, was sie machen will Um leid dich enttäuschen zu müssen, aber Knie hat schon andere Pläne Sie wird nämlich mit mir die Herrscher-Pokémon suchen und die Geheimgewürze mitgehen lassen, die sie bewachen Ich mach alles gleichzeitig Sie hat also gar keine Zeit dafür, Champion zu werden, weil wir zusammen die Aufenthaltsorte der Herrscher-Pokémon abklammern Stimmt's? Äh, ne, ich werd mal Arenen machen Hey, was soll das? Warum erzählst du Tanir so komische Sachen, die sie gar nicht interessieren? Interessiert das schon ein bisschen Den guten Planner von Google Maps, IC Was ist denn dein Problem? Ich hab ihr doch nur einen Vorschlag gemacht Sie wird schon selbst entscheiden, was sie machen will Oder? Wie war das? Du... Rrrr Und der Handy klingelt, falls du es nicht bemerkt hast Doch, hab ich bemerkt Ich hab einmal kurz geklingelt, lass mich das mal rausholen Nicht mir einen blenden Kommentar abgeben, Alter Ich hab Tani's triggert So was triggert mich Tani, dein Handy klingelt Tani Kassipaia hier Ich gebe dir jetzt mehr Informationen zur Operation Stardust durch Team Star besteht aus 5 einzelnen Banden Jeder davon hat ihr eigenes Versteck Die Aufgabe ist es, die 5 Bosse dieser Band zu besiegen Wahrscheinlich werden sich die Truppen von Rüppeln in den Weg stellen Aber du hast auch meine Unterstützung aus sicherer Entfernung, danke Die Valid-Mitglieder bezeichnen sich alle mit dem jeweiligen Pokémon-Typ Mit dem ihr Boss einsetzt Vielleicht hilft dir diese Information Ich habe vollstes Vertrauen in dich und deinen Können Lass mich außerdem die Orte an denen du die einzelnen Verstecke findest auf deiner Karte markieren Ja, im Prinzip würde ich gar nichts von dem machen, was die beiden vorschlagen Die sind ja natürlich schon ein bisserl Ich stand unter der Verstecke von Team Star Wurden auf deiner Karte eingetragen Ja, wir werden wahrscheinlich rechts rum gehen, oder? Rechts ist ja gleich am meisten erstmal Die Straße der Sterne Oh Gott, so heißt die Questreihe Für jeden Boss, den du besiegst, wartet eine großzügige Belohnung auf dich Feuchter Händedruck Hä, wer bist du denn jetzt plötzlich? Team Star macht nichts als Ärger Und seine Mitglieder sind schlicht und einfach gefährlich Tani sollte sich da am besten vollkommen aushalten Ganz genau, außerdem geht sie ja schon mit mir auf Suche, Alter Könnt ihr euch alle einfach verpissen? Geht einfach Tani wird schon selbst entscheiden, was sie machen will Ist klar? Nimm ich hier einen Pepper Oh, die kennen doch die Namen von denen Moment mal, woher kennt die Person unsere Namen? Ich freue mich schon darauf, dich in Aktion zu sehen Okay Ist ein Hacker hat mein Handy gehackt, will eine Aufgabe Kennt man doch Was war denn das bitte? Tani, es ist zwar toll, dass du so schnell so viele Freunde gefunden hast Freunde würde ich das nicht nennen Aber pass auf, dass du dich nicht in irgendwelche Sachen verwickeln lässt Okay, überlassen wir das Thema am besten dabei Denn jetzt beginnt das Abenteuer Ich mach mich auf, um gegen jeden einzelnen Trainer zu kämpfen, der mir vor die Nase läuft Wenn ich hart an mir arbeite, um die Allerstärkste zu werden, wirst du trotzdem hinter mir zurück stinken Dann wird diese Erfahrung ganz sicher zu meinem persönlichen Schatz Lange Rede kurzer Sinn, ich klapper die Arenen wieder ab und trainiere dabei neue Pokémon Hier, ich zeige dir mal ein Foto, damit du weißt, wie die Gebäude aussehen Okay Ah, okay Team Star ist wirklich sehr gefährlich mit seinem Level 8 Pokémon Schon Jetzt haben wir zwar alle auf dich eingeredet, aber letztendlich entscheidest du, wohin deine ganz eigene Schatzlore führt Geh wohin du willst und mach das, wozu du Lust hast, im Endeffekt mach ich alles Yay Mein ganz persönlicher Schatz In meinem Fall wäre das wohl Massen an Geheimgewürzen, ist doch klar Wenn ich die Gewürze in die Finger bekommen habe, mache ich dir das beste Sandwich deines Lebens, versprochen Für lieber Geld Hey, was willst du denn schon wieder? Ich glaube, es hat Interesse an dem Sandwich, das du gerade erwähnt hast Du bekommst sicher nichts davon ab Wow, ist das gemein Ich kaufe dir ein Sandwich, lass ihn Echt mal Da scheint es jemanden ja kaum abzuwarten, dich auf den Weg zu machen Ich will jetzt vielleicht, dass du auf ihm reitest Also wenn es wirklich nur ein Pokémon ist, was einen unterstützt so mit diesen Fähigkeiten und wirklich nicht zum Kampf da ist Dann würde ich es auch nicht als Letty bezeichnen, aber dann ist es okay Dann finde ich es ganz okay Aber jetzt nur ein Sandwich, ne? Dann mit den Remouladen, Salat, Tomate, Schinken, Käse drauf Dann vielleicht noch in so einen Sandwich Maker so kurz anrösten, so ein bisschen Ich habe noch ein bisschen Pizza, die gönne ich mir dann später noch Ich habe noch ein bisschen Pizza, die gönne ich mir dann später noch Drückst du den Plusknopf, kannst du auf... Wie viel Pizza schafft du? Drei Viertel Ein Viertel ist noch da Boah, krass Drückst du während des Reitens den B-Knopf, springt es und überwindet so Hindernisse Drückst du erneut den Plusknopf, kannst du wieder vordern absteigen Okay B-Knopf, okay Das ist ein bisschen cool, okay Das ist schon ein bisschen okay Wieso hat das Rad da... also... Boah, es hat seine Form geändert Es sieht Mopex wirklich ähnlich Mit dem Rücken von Chorailon kannst du bestimmt ohne Probleme alle Winkel von Paldea erreichen Warum die Räder? Ich meine, kannst du nicht rennen einfach und gut? Warum Räder? Das andere aus... äh... Popor fährt, glaube ich, mehr Bitte? Das andere fährt, glaube ich, mehr Okay Wenn du nach den Herrscher-Pokémon suchen willst, verlässt du die Stadt am besten durch das Ost-Tor Aber, weil du ja eigentlich auf dem Weg zu den Arenen bist, solltest du das Fest-Tor ansteuern Auf der Ostseite verläuft man sich leicht Ich geh mittig, ich geh durch den Krater, erst den Krater runter, dann auf der anderen Seite rüber So Ich mach mich auf die Socken Äh, sieh zu, dass du keine Wurzeln schlägst und gleich nach kommst Na gut, warum hat es diese Räder am Gebär? Ja, ich verstehe es auch nicht Warum rennt es nicht einfach? Ist doch okay Ich mach mich jetzt zu den Arenen auf, bis später Freie Projektarbeit, Schatzsuche Endlich beginnt die freie Projektarbeit der Akademie Die Schatzsuche, Reise an Orte deiner Wahl, begegne vielen Pokémon und finde so deinen ganz persönlichen Schatz Mein Schatz ist mit Freunden zusammen in der Pokémon-Welt endlich mal zusammen rumrennen zu können und kämpfen und alles Hey, wuuu Alter, warum, warum die Räder wenns sowieso nicht auf den Räder holt Hast du's gerade aufgelesen? Massive, massive auf irgendwas Ja Massive Ausfälle von Pokémon sind erschienen oder irgendwie sowas Do, 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 guck mal Bum, 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 bum. Aaaaah. Entschuldigung. Ui. Pfff. Ui. Pfff. Uaaah. Aaaaah. Also wir gehen durchs West-Thor oder? Wo gehen wir lang? Keine Ahnung! Ui. Rumrum. Wo wärst du ne Arena oder was wollen wir machen? Raaaah. Ja, warte. Ich bin gerade im Voll-- ich bin voll im Fehlen. Gott. Okay, ähm ich speichere erstmal kurz. Das wollte ich nicht. Erstmal speichern. Und dann geht's los hier. Die Arenen, oder? Gönnen wir uns erstmal die Arenen. Wir sind eh wahrscheinlich schon voll überlevelt für die Arenen. Und die Herrschaft-Pokémon, das klingt schon noch was. Sie wissen ja nicht, was ist Arena 1 oder 8. Vielleicht sind wir auch für sie unterlevelt. Nee, nee, die hat ja gesagt, nach Westen. Also wenn du die Arena machen müsstest, erst nach Westen gehen. Da ist die 1. Im Osten wäre die letzte. Also vermute ich jetzt mal. Und der andere hat ja gesagt, nach Osten fängst du mit den Herrschaft-Pokémon an. Das heißt, im Osten wird das schwächste Herrschaft-Pokémon sein. Dafür jetzt hier nach Westen das stärkste wahrscheinlich. Also so vermute ich es mal. Und das Team, das ist wie so ein Lappen. Das Team ist egal, wo du anfängst. Das ist überall gleich stark wahrscheinlich. Und das passt sich vielleicht dir an. Das bezweifle ich aber. Wo ist das Ausgangstour? Aus dem Weg, Gangster-Pokémon. Oh, hier ist ein Item. Was? Was habe ich schon gesagt? Mit nöt. Come on my level. Ich habe hier ein Pokémon-Motorrad. Aus dem Weg, aus dem Weg. Aber dieses Mopax, also dieses Standard, was ja anscheinend die Akademie alle haben. Also haben das alle, der Akademie? Ach, Quatsch. Also es ist quasi so, wenn du dir so ein Moped kaufst, so normales, ja? Also jeder Schüler kriegt so ein Standard-Moped. Und die Elite-Schüler, die was Besonderes sind, die kriegen eine Premium-Version. Ja? Und das sind dann die Schüler, die immer gehasst werden von allen anderen. Weil die was, weil die zu tun, als wären sie was Besseres. Also die Streber quasi. Ja, das sind wir. Richtig krass. Wuuu. Wui. Okay, wir sind drauf. Let's go. Oh Gott. Ich glaube, das ist kein Rekiger Diesel. Das wird sie zeigen. Hallo, hallo, hier ist Namila. Wir sollten ab jetzt hin und wieder telefonieren und uns darüber austauschen, wie es so läuft. Das nennt man Überwachung. Du bist doch von der Akademie aus nach Westen aufgeboren, stimmt's? Ich bin nicht über das Tor gelaufen. Lass mich doch mal in Ruhe. Dann sollte Moldrid nicht weit entfernt sein. Da gibt es übrigens auch eine Arena, die sich auf Kräferpunkt spezialisiert hat. Fordere doch die Arena da dort heraus. Ich bin mir sicher, dass du gewinnen kannst. Okay. Gehe ich auch von aus. Ich habe gerade überlegt, was am besten gegen Käfer wäre, aber ich glaube, das ist irrelevant. Schuss ist beim Level der Pokémon irrelevant. Oh, was ist denn das hier? Futter. Ne, Wolli. Ein Picknick. Kann ich das haben? Kann ich das haben? Ich will das haben, bitte. Ah, es geht mich an. Kann ich das haben? Die brauchen das nicht mehr, oder? Wir sind Neu-Pokémon-Tani. Oh mein Gott, let's go. Scheiße. Level 9? Oh, wir sind immer so fucking überlevelt. Also wenn die erste Arena so Level 12 reizen ist, dann muss ich... Ähm... Crystalline... Ich mache mal einen Huck-Zuck-Hieb. Ich hoffe, das reicht. Stirb nicht. Oh Gott. Statik. Oh nein. Hast du einfach einen Pokéball geschmissen? Ja, Siggi. Okay, ich kämpfe wenigstens noch, weißt du? Ich war ein Oldschooler. Ich kämpfe noch selber. Und du einfach nur... Bäm. Ab der Wack. Ja, es ist Level 9, Alter. Ich bin Level 16 auch so. Ja, und? Also, wir müssen kämpfen und so. Okay, ich habe es gefangen. Und Voltilam. Ich fand damals Ampharos voll schön in der zweitenchen. Oh ja. Ampharos mochte ich. Da, da ist ein Item. Da komme ich jetzt hin. Jetzt können wir eigentlich nochmal zurückgehen, ne? Ach nee, können wir nicht. Ja, was heißt zurück? Das ist ein Open World. Wir können jetzt nicht mal hin. Nee, das Ding ist, wir können noch nicht ins Wasser. Meinst du? Wasser wird noch nicht gehen. Der kann ja bis jetzt bloß das Laufding machen. Oh, so kommt man nicht hier hoch. Die Schweine haben das absichtlich nicht so hoch gemacht. Ey! Nein, ich will nicht... Oh, fuck. Was ist das denn? Ich war gegriffen. Ey. Ich komme nicht hoch. Oh, Kabal. Hierin liegt noch ein Item. Was? Item. Ein Item. Oh. Hui. Ciao, Nibu. Item. Enton. Kann man denn jetzt hier rein? Ja, nee, kann man nicht. Du hast irgendwie aus dem Wasser geschafft. Oh mein Gott. Was du Glück hast. Enton, verpiss dich. Ja, wir müssen erst die Formen von dem freischalten. Das geht halt noch nicht. Wow, du stehst im Wasser und kämpfst. Wirklich? Ich stehe bei mir ja auf dem Land. Bei mir bist du im Wasser. Kann ich... Ich glaube, ich kann mein Pokémon trotzdem rausschicken, auch wenn ich hier auf dem Ding reite. Das ist geil. Dass ich da nicht absteigen muss, jedes Mal. Hier ist ein Trainer. Ein Trainer. Zerstören. Zerstör den Trainer. Na, du Lappen. Guck mal. Guck mal. Gebarrt. Drei Tage gebarrt. Oha. Fettige Haare. Der ist schon lange hier draußen. Ich habe keine Ahnung, welchen Weg ich nehmen soll. Ich laufe zieht los durch die Gegend. Dann, äh... Dann gehe ich ja in den Weg zum Pokémon Center. Und zwar K.O. Vulcano. Die hat einen Vulcano. Oh, scheiße. Ja, das kannst du jetzt so Feuer? Ja. Jaula hilft da nicht sehr. Oh, Angst auf ihn. Oh, der Typ ist noch zwölf. Ja. Das wird langsam. Wahrscheinlich ist das der Stärkste hier auf der Karte. Tani, bitte. Ich will jetzt nicht beschreien, aber wahrscheinlich ist das der Stärkste auf der Karte. Okay, Vulcano ist besiegt. Ich will erst nochmal irgendwie an eine... Oh ja, ich wechsle mal. Krassler. Krassler. Let's go. Zupris. Oh Mist, zupris. Ah ja, scheiße, ich wusste das. Geht das? Ja. Äh, hab mir schon gedacht. Ähm, mach ich das, ich sehe so Kitz. Ryono müsste ich mal leveln. Okay, wo war das? Nam, nam. Kampf. Konter, das ist jetzt nicht viel. Das wird nichts machen. Okay, ich muss den erst leveln. Der braucht ein paar andere Attacken. Kann ich jederzeit Attacken, die ein Pokémon quasi verlernt hatte? Wieder neu lernen lassen? Einfach so? Das habe ich mir auch schon gefragt. Weil entscheidend sieht das so aus. Ohne, dass ich da irgendwas machen muss? Also, kein NPC aufsuchen, kein nix? Irgendwie weird. Also, ein bisschen weird. Okay. So, jetzt kannst du in Pokémon Center gehen. Deine Pokémon heilen, jetzt weißt du den Weg. Backpacker, check. Wurde besiegt. Aber ich kriege wieder Geld, Gott sei Dank, ich bin auch pleite. Ich brauche Geld. Ich kann ein Picknick machen jetzt. Oh, das ist ja cool. Ich tue das jetzt mal. Picknick? Ja, ich habe jetzt eine Picknick-Option. Wo bist du denn? Ich bin ein paar Meter weiter gelaufen. Ah, da hinten. Hallo. 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 Ich glaube, da kannst du auch dann die... Nee, das ist... Ja, ich wollte es gerade sagen, das habe ich gerade so spät gesehen. Irgendwann ist da ein Shiny und du tötest es einfach. Sieht man das auf der Oberbürg, wenn das auch ein Shiny ist? Ja, das stimmt. Das sieht man. Okay, das ist natürlich cool. Legt ein Ethan. Weil du die schon hast. Ja. Was bist du? Ah, das habe ich oben gesehen, im hohen Level. Mob-Tiff. Das sieht ja weird aus. Okay, Ruckzucki, wie überlebst du das? Ja, okay. Stand-Pauke. Das wäre wieder in der Akademie. Ah. Okay. Okay, Masse. Ich muss sagen, ich mag die zweite Entwicklungsform. Von meinem... Rucki. Das gefällt mir. Ja, ich meine auch. Wust, wust. Ja? Echt? Ja. Sehr gut. Das hast du dann... Das hast du eine coole Dritte, aber ich eine scheiß Dritte. Dann hast du Glück, dass es sich noch entwickelt hat. Und ich habe dann die Arschkarte gezogen, weil ich damit leben muss. Vielleicht ist eine dritte Form ja gut bei dir. Möglich. No. Man weiß es nicht. Okay. Mob-Tiff. Und nicht. Ich hätte es als Feuer eingeschätzt, muss ich sagen. Was bist du denn? Ich habe was Neues. Ja, ich habe auch was Neues gefunden. Oder kann es für das schon... Mob-Tiff. Mob-Tiff. Ah doch. Naja, das habe ich auch gerade gefangen. Das habe ich auch gerade gefangen. Dann... Ah, da vorne bist du. Ein Superball. Ja, hallo. Das war nichts. Ich habe nichts gesehen. Ist noch ein Trainer. Hi. Ich hole dich heraus. Oh, das ist Unlicht? Oh, da kann ich Spürflammer verwenden. So, was kannst du? Akademieschüler George. Nein. Ich hole dich heraus. Ach, komm, Azuril. Georgi. Was? Dich habe ich gesehen. Was bist du? Was bist du? Is he strong? Blip. Was ist Blip? Oh. Er Blip ist besiegt. Okay. Das ging schnell. Moin. Tschüss. Wo haben die solche scheiß Outfits bitte? Der sieht doch geil aus. Nein. Tut er nicht. Oh nein. Stop. Der nicht. Der war... Ich fand das schon echt tricky. der ist ein Kind. Okay. 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 schon schrieb dahin was in der luft da oben drüben in der ecke schüttel ist das aus du hast es aus oder oh nein ja paralysiert wenn diese paralysiert scheiße schon damals schon gefressen ich hab hier ein pikachu ein pikachu ich hab ein pikachu das ist ein pikachu was du noch nicht hast läufst noch eins neben mir naja pikachu hab ich gesehen das ist wie es noch exp bekommt das wäre mir schon echt lieb kurz und ich stehe auf anfangen auf anhie fangen ich musste einmal angreifen item item du da vorne ist was ja das ist bald gerade so was habe ich nicht mitbekommen aber da mal gucken gehen ja durch was ist das was bist du ein maozi das ist ein pokémon lol das ist ein kristallines maozi what the fuck wie scheiße sieht das denn aus oh hat es da eine besondere form vielleicht ja wilde terra kristall pokémon fangen der kristall ist dort wo das lichtstringen war mitten auf der wiese können nicht gefangen was terra kristallisierte pokémon können nicht gefangen werden wenn du sie fangen möchtest musst du erst ihre kp verringern und so ihre kristallisierte pokémon auflösen okay also schwerter kampf quasi ja quasi wait wie bei dynamax oder wie ja ok ich guck mal ob es aushält und wie sehr muss ich ihn schwächen damit er das verliert also ich finde das glitzern ziemlich cool also effekt nicht ist cool wenn das prinzip der kristallisierung diskriminiert ist also hat das jetzt nur andere typen das maozi oder wie ähm au aber was für ein typ hattest oder pokémon info es ist jetzt flug was deswegen die luftbalance ich soll es ja schwächen aber wann kann ich es denn dann fangen ich hau aber drauf ok es ist im roten bereich jetzt ist es tot jetzt ach guck ich hab's was gewanschottet don't don't do it ist das strong ist der moment pokémon ein pokémon also maozi was den typ flug annehmen kann ok finde ich jetzt nicht so berauschend aber ok inste wieder raus aero ass hä es hat aber das ist nicht mehr in der kristallform wieso kannst du immer noch aero ass tja tony ne i don't understand what the fuck wann entwickelt sich denn seesokits ja ne ich finde den hirsch so schön ok ich hab's und maozi ok ok also diese besonderen pokémon die glitzern so oder wat ok ja das sind kristallformen äh warte mal du erhältst 1900 ah jetzt hab ich die ligapunkte bekommen dafür weil das einfach special war ich hier mal kurz ein bisschen damit ich nicht zurück muss war eine pokopuppe gut dass wir die gekauft haben geil wo sind wir überhaupt gerade auf dem kader wir sind links ne ich hab keine ahnung wie rennsch für dich liegt wir sind dann irgendwo noch gesprungen ich weiß nicht wo wir sind aber jetzt so wird also tag nacht zyklus gibt es also auch weil jetzt ist ja nacht finde ich aber cool dass es das auch noch gibt dass wir das beibehalten haben ich sehe dich nicht mehr aah hier hinten ist wind schnitt ich bin bei dem bar achso da bist du hier hinten ist wind schnitt hi die ist wie eine münze ja die hab ich auch schon gekauft hier ist noch ein pikachu legen wir mal items rum die erste arena mal jetzt mal auch machen wollen schon mal gucken wie krass die ist ich befürchte wir sind maximal überlebt aber können diese also die besonderen pokémon nur nachts auftauchen wo man die so richtig sieht dann oder können die einfach tags auftauchen ich glaube das ist komplett random oder ok jetzt hatten wir jetzt glück das war jetzt nicht das tutoriell teil es könnte sein dass es so ein bisschen so guck mal so funktioniert das mäßig war aber wir sind ja auch runter ich glaub so random auf die andere seite können wir noch nicht ich glaub wir haben übelst luck dass wir jetzt etwas bekommen haben keine ahnung ok ich geh wieder hier hoch ich geb da hinten bei dir auch was in der luft äh nee komm mal zu mir hier hoch ach nee das ist ein baum der schwebte aber das sah aus wie in der luft schwebt ach das alles gut und wo sind wir jetzt gekommen warte mal hier waren wir noch nicht hier ist ein äh baby janera das ist ein trainer ich dachte hier läuft ein pokémon rum oh maguita hallo maguita hallo nee ja ne 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 das habe ich hab's erstgesehen komm mal der typ weg ich dachte der typ ist ein pokémon also klein denn da mitten knirpsmon level behindert Ich sollte darüber nicht lachen, aber es ist echt witzig. Was ist das für ein Ton dahinten? Ist das der, den ich gesehen hatte? Ich dachte, wir wirst du da hin. Ja, ja, ich will zur Arena. Da hinten sehe ich den. Da könnte es auch eine Markierung setzen, dauer Karte. Könnte man machen. Oder man geht einfach hin und arbeitet gleich ab. Sind hier eigentlich DLCs geplant oder so? Da geht es auch von aus, gell. Also ich hoffe es. Und hier bitte richtige, coole DLCs. Bitte, bitte. Knirps. Ja, fordert dich aus. Ah. Was ist du denn da? Ich höre einen Hund. Ich höre einen Hund. Oh, hinter mir ist ein Hund. Geh weg, du brauchst mich nicht anbellen. Ich bin hier und fight, Junge. Bist du denn? Ein Ulini. Also eine Olive quasi oder was. Eine Olive? Warte, echt jetzt? Ja, ich bin draufgetreten. Hä? Hast du das kaputt gemacht? Das ist kleiner als ein Grashalm. Wirklich? Ja. War der hier hinten oder was? Oder wo bist du? Ich höre einen Hund. Ein paar Meter weiter gelaufen. Okay. Da hinten ist die Stadt. Mann, ich kann dich nicht schwächen. Du bist doch immer gemein. Hä? Wo bist du? Ich sehe dich nicht mal. Oh, ist noch nicht da. Oh, die Pieper. Warte, fuck. Wo bist du? Bist du noch auf dieser Erhöhung? Ich bin einfach nur 3 Meter weiter gelaufen. Ich sehe da hinten nochmal so ein kristallines Pokémon. Was? Wo? Ähm. Molini! Gib Gäste. Ich nehme ja noch die Items mit, bevor ich da jetzt hinreite. Nummer 84 im Pokédex ist es. Ich bin wieder da. Leute, hier ist. Egal. Äh. Ich bin bei dem Trainer. Wo bist du? Ja, das ist eine gute Frage. Hä? Du hast doch einen Meter neben dem Trainer. Da hat das Pokorrad gefallen. Ja. Ich habe den Trainer gemacht und dann... Oh, lol. Ein Sichtluhr. Wo bist denn du? Mit Sound. Level 22. Ich werde so drauf gehen. Wo bist denn du gelaufen? Rechts oder links? Äh, ich bin auf der Ebene weiter gelaufen erstmal und dann rechts runter. Oh, die Nase krabbelt. Was zum Fick ist das? Also bist du in das grüne Gras gelaufen? Was zum Gras? Ja, ja. Hä, aber da kommen wir doch her. Bist du durch den Zaun gelaufen? Nee. Ich bin auf der Ebene dort weiter gelaufen in die Richtung. Auf diesem hellen Gras und dann rechts runter auf das grüne. Hä? Also da, wo wir hergekommen sind. Ähm. Gar nicht. Nee. Wir sind doch irgendwo noch gesprungen oder nicht? Ja, wir sind doch hochgelaufen. Wir sind aber da weiter und dann runter. Ich weiß nicht, wo wir hergekommen sind. Hä? Wir sind doch ganz vorne hochgelaufen. Da sind wir doch nicht hergekommen, oder? Wir sind doch viel weiter unten hochgelaufen. Hä? Nein. Was ist das? Wir sind doch genau hier hochgelaufen. Genau da, wo wir stehen. Viel war da vorne hochgelaufen. Ja gut, also wenn du jetzt nicht weißt, wo du bist, dann... Da! Warte! Da hinten ist was. Ja, du bist doch durch den Zaun gelaufen. Ich seh es doch. Ich hab keinen Zaun gesehen. Also ich bin nicht durch den Zaun gelaufen. Ich bin irgendwo noch gesprungen. Oh, ich hab ein anderes. Ich hab einen Dick da. Was besonders ist. Okay. Ein Dick da mit dem Typen. Was zum Hacker ist das denn? Da freu ich mich auch gerade. Soll das Gestein sein oder so? Es macht nur Silberblick. Was willst du von mir? Soll das Gestein sein? Kannst du jetzt bitte deine Kristall... Ja, danke. Ich bin verwirrt. Es ist nicht mehr Kristallin. Mal gucken, ob es das überlebt. Oh ne, Scheiß, es ist ein Dick da. Ich werd's töten. Oh nein, es ist ein Dick da. Es wird sterben. Tschüss, Dick da. Lol. Man kann die nicht töten? Man kann die nicht töten. Man kann die nicht töten? Nein, es geht nicht. Lol. Das hätt ich mal eher wissen. Das hätt ich mal eher wissen. Und ich hab einen Sichlo gefangen. Hey. Ich hab's. Ich wollte selbst kristallin. Ich hab einen kristallin cool, aber es ist... Es ist cringe, aber ich find's irgendwie cool. Käferflug. Hallo. Sichlo. Cool. Sichlo ist cool. Aber es ist trotzdem jetzt nur ein normales Sichlo, oder? Es ist jetzt nichts besonderes, oder? Ist ein Sichlo, was einen anderen Typen annehmen kann. Deswegen ist es ja so besonders, ne? Oh, 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 oh. Ich hab den Esel. Hier ist ein Esel. Eselchen. Was? Wo bist du denn? Hier ist Hampuli. Hallo, Hampuli. Nein, das wird das als mein Lieblings-Pokémon. Eselchen. Hampuli. Und du weißt nicht, wo du langgelaufen bist. Oh Mann. Hab ich dir gesagt. Ich bin auf dem Ding weitergelaufen, dann runtergehopst und dann war das da. Ja, du weißt aber nicht, welche Richtung. Du bist doch weitergelaufen. Wir sind doch von der einen Seite gekommen. Dann war der Trainer. Und dann noch weiter. Also bist du Richtung Pokémon-Zetter gelaufen. Wo sind dein Pokémon-Zetter da? Hampuli. Ich bin ja aus dem Kampf raus, dann kann ich zurückkommen. Also das Pokémon-Zetter ist unterhalb von dem Pokémon-Zetter rumgelaufen. Ich sehe es gerade, das ist oberhalb. Hampuli wurde gefangen. Hampuli ist als meiner Lieblings-Pokémon aus Solomod gewesen. Ja, das ist hier. Ja, dann bist du da, genau da, wo wir hinbekommen sind halt. Nein, da sind wir nicht hergekommen. Oh, ich hab Pudi gefahren. Gibt es noch irgendwas, was mich jetzt triggert? Oh, da könnte ich total helfen. Absolut. Oh, Alter. Fuck you. Was bist du denn hier? What are you? Oh Gott. Scheiße, was ist das denn? Irgendeine kleine Kugel mit einem Kleid. What? Flat Tutu. Ich muss mich jetzt verarschen. Was ist das denn? Flat Tutu. Wo bist du denn langgelaufen? What the shit? Wenn ich das gefangen habe, ich komm gleich mal zurück. Bist du hier vielleicht? Hier ist auch so ein Crystallized-Ding. Also ich seh das Pokémon-Zetter von hier. Ich seh dich! Ja, hier sind wir doch eben hergekommen quasi. Wir sind nicht hier runtergelaufen. Ich kämpfe jetzt auch gegen das Sichlor. Okay, da ist das halt besonders. Wir haben ja bei dem Wasserfall runtergesprungen. Und was für ein Typ hat das Ding hier? Habe ich nicht geguckt. Das ist auch gestein. Was soll das sein? Es hat nur Silberblick bei mir angeguckt. Es hat nur Silberblick bei mir eingesetzt. Ich hab keine Ahnung, was es macht. Level 22 ist das Gestein. Wollte mich verarschen. Was? Oder ist das normal? Ich weiß es nicht. Wir kennen das halt wirklich. Okay, noch ein neues Pokémon. Flat Tutu. Also die Namen. Oh oh. Autsch. Oh, hier ist so ein... Autsch! Das ist halt rein optisch und kein Pokémon, wo ich sag so... Boah, ja, das hätte ich nur umziehen. Ich hab ein Problem. Ich hab ein richtiges Problem, dass du bist so stark. Mach dich fertig, dass du schon? Das ist Level 22 bei mir. Wo bist du denn? Ach ja, jetzt bist du mit hier. Ich seh dich. Mhm. Hier ist ein Pampuli. Hier läuft ein Pampuli rum. Ich hab ein Problem. Ja, ich seh es. Aber ich hab Stress. Das ist natürlich... Dass du alles über wie übelst. Hey, jetzt sind wir hier oberhalb. Dort drüben sind wir runtergesprungen. Genau, wir sind nach hinten rum. Alter! Wir sind nicht hier hergekommen. Das Typ... Das Teil macht mich fertig. Wir sind nicht hier hergekommen. Wir sind nach hinten runtergesprungen. Und dann hier unten rumgelaufen. Also wir sind nicht da. Oh. Ein Dablu. Er macht Sinn. Im Überblick ist der doof. Alter, der ist übelst over. Scheiße. Okay, ich opfer meinen Starter. Okay, mein Starter ist down. Was muss ich hier? Strats anwenden, ey. Alles finde ich gut zu wissen, dass du die Kristalle nicht umbringen kannst. Die kannst du einfach damagen und dann... Weißen hätte eh schneller sein. Scheiße, Alter, ey. Das Teil macht mich fertig, ey. Kamehapsgeheuch bin ich, weil es Level 22 ist. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr noch? 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 Was ist das denn gewesen? Scheiße. Das ist jetzt belastend. Soll ich dir jetzt mal einen Pudi fangen? Oder willst du es selber fangen? Ich muss hier gerade Strats anwenden, das Ding töte ich mich sonst. Ich brauche mal hier einen Supertrank für den Flamingo. Das Rickens wird jetzt geopfert. Nein, ist das Rickens. Samenbombe. Boah, ist das Ding stark, ey. 22, holy shit, das ist ja natürlich schon wert, ey. War das jetzt auch so? Oh, ist raus. Ja, ja, also 22. Und deine haben die gehorcht, okay. Ja. Meist hat mir nicht gehorcht, weil es Level 22 ist. Okay, wollte ich nicht. Nein, nein. So. Rablu in Richtung Box. Was für ein Typ soll das denn sein? Ist das denn normal, oder? Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Ja, aber ich weiß, wo wir vor uns hergekommen sind. Also hier sind wir nicht hergekommen. Ja, das ist normal. Ja, okay. Jetzt ist es, jetzt ist es schwach. Ich dachte, das wäre Gestein. Dann ist mein Dick da halt auch normal, wenn es... Ja, toll. Die Dick da wird ein Geheimtypen normal. Hammer nice, ey. Ich glaube, ich brauche mal hier einen Supervalor. Das habe ich auch nicht, glaube ich. Kann man, äh, kann ich haben. Nein! Was ist sauer? Sichlor! Nein! Sichlor, tu mir das nicht an. Sichlor! Das hat weh getan. Holy. Okay, I like it. Noch ein Superval. Boah, Alter, Struggle. Am Arsch ist das Spiel easy. Ich würde unbedingt gerne fliegen. Was ist denn das? Medita hat sich befreit. Alter, ich verreck hier. Das Ding bleibt nicht drin. Was ist jetzt bei dir? Keine Ahnung, Poké. Du kriegst keinen Überball, Medita. Bleib einfach drin, bitte. Bleib doch mal in diesem... Das ist nicht wahr, ey. Das ist das erste Pokémon, was mir richtig Probleme macht mit dem Ballbleiben. Das ist Medita. Ich kann es aber nicht nochmal schwächen, dann ist es K.O. So wichtig ist es zwar jetzt auch nicht, aber trotzdem, also... Luxus Ball! Ich farschen. Ich farschen. Komm schon. Sichlor! Mit drin. Oh Gott, Alter, ich bin fast tot. Mein Team ist down. Ich muss gleich erstmal zum Pokémon-Zernal zurückgehen. Das Sichlor hat mich einfach nur gefickt. Danke, ich hab Medita, Alter. Alter, what the fuck, ey. Das ist übrigens die erste Arena immer noch. Wir sind on the way in die erste Arena. Irgendwann werden wir wieder auch ankommen. Geh ich von aus. Irgendwann werden wir wieder ankommen. Da hinten ist ein Trainer. Ich guck aber erstmal hier oben. Anwand B! Boah, Alter. Du wirst draufgehen, wenn ich das mache. Ähm, B-Leber. B-Leber. Ähm, B-Leber. Es schreckt immer wieder zurück. Ist das geil. Noch einmal? Ah, vielleicht noch einmal, hä? Oh, Walzer. Au. Ah, einmal noch, hä? Oh, das war knapp. Das hab ich auch noch nicht. Wow. So. Nachdem ich diesen Krampf jetzt hier gemacht hab, wo ist, oh mein Gott, das sind überall neue Pokémon Tani. Ja, was denkst du, was ich hier grad mache? Ich fang schon. Also ein paar Superbälle bräuchte ich jetzt mal langsam. Weil die sind echt langsam ein bisschen stärker hier. Und wollen einfach nicht in den Vuckelbällen bleiben. Was zum Geil, wie so ein Samtisch in der Hand. Noi. Hier ist ein Toxel. Das ist das, was ich bei uns im Game gefixt habe. Was, was? Achso. Kannst du bitte drinnen bleiben. Sonst ist mein Starter jetzt gleich K.O., wenn du nicht drinnen bleibst. Oh Leute, du stehst im, ja. WTF, wo komm ich so voll mal her? Oh, danke. Ich hab das endlich auch. Gott sei Dank. Funpi, ey. Gott sei Dank, ich hab Funpi gefangen. Teleporter. Oh, der Anis konnte noch nicht Teleporter. Jetzt lernt das Teleporter. Da, guck einer an. So. Ach Tani, meinst du, komm noch bis zur Ersten heute, ne? Ja, natürlich. Also die will ich definitiv noch hier reinziehen heute. Also, Minimum. Maximum ist natürlich offen, aber Minimum, also... Da kommt nix, da geht nix drüber her. Wieso ist eigentlich Riolo gedamaged? Wie viel Tränke ich habe, ne? Also so mega viele habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr, ne? Hier ist noch ein paar ein Pulli, falls du eins suchst, oder hast du schon eins? Wo, 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 wo? Hier, hier komm, komm, äh, lauf weiter einfach. Warte, ich hol dich. Hier sind zwei von Pullis. Ich komm zurück, ein Stück. Hier ist, hier ist wieder neue Pokémon. Hier oben, hier oben, komm hoch. Komm mit. Komm zum Pampuli. Du wirst die fünf Meter noch weiter rennen müssen, glaub ich. Ja, da war doch fünf Meter weiter. Ich komm nicht hier hoch. Hallo, was machst du? Komm doch hier hoch. Was bist du? Hä? Da ist ein Trigger. Ja komm doch mit. Bist du, oder bist du ein Pampuli, oder bist kein Pampuli? Ja. Ja. Na, hier hinten sind Pampulis. Komm mit jetzt. Hier ist ein Ethan. Hier waren gerade Pampulis. Zwei Stück. Äh, das ist ein Babu. Wo sind die jetzt hin? Hier ist so eins. Da ist... Da ist ein... Nebomack? Hä? Geh weg. Nein, lass mich... Also hier irgendwo war gerade ein Pampuli. Zwei Stück waren hier gerade. Hier! Pampuli! Warst du eins? Ja. Ah, super. Ist das hier oben eine Sackgasse? Ich freue mich gerade, wenn wir Sackgassen finden, weil da kann man nämlich wieder so Gebiet abhaken, so. Okay, das fand ich aber glaube ich nicht. Das hat nicht die Fähigkeit. Ne, das Pampuli fand ich. Das hat nicht die geile Fähigkeit. Was für eine geile Fähigkeit? Jedes Mal, wenn es von der physischen Attacke getroffen wird, erhöht sich die Verteidigung um eins. Das ist mega gut, ey. Das ist so ein geiler Tank. Echt cool, ja? Macht das hier gar nicht. Oh, hier gibt es noch mehr. Ich habe vorhin so ganz viele hier gesehen. Ein Sonderbonbon, ja hallo. Alter! Er ist gerade. Uh, cool. So, wo ist der Trainer? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte zu meinem Pokémon. Aber wann entwickelt sich ein Trassler eigentlich? Oh, wer möchte Igelsamen erlernen? Ah, ein Druck. Geil. Okay, Hamadour ist auch schon recht weich. Hei, ich wurde dich hier raus. Ein D-d-d-d-d-duell. Akademischüler Pedro. Pedro. Oh, ein Tuska. Oh, ein Tuska. Was war das für ein Level? Du hast Sehlichkeit. Dich will ich haben. Konfusion. Mach guten Schaden. Volltreffer. Sehr schön. Und ich habe es verwirrt. Ohohohohoho. Hau dir selber. Hau dir selber. Bitte, bitte, bitte. Hau dir selber. Ja. Achso, scheiße. Igelsamen. Ja, gut. Gibt es eigentlich Absurd? Ist es bekannt, welche Pokémon es so gibt? Du, ich spür, spür euch seit heute, ne? Ey, sonst spoilerst du dich ja meistens so ein bisschen. Hä? Ja. Was heißt Spoiler? Ich guck mir die Trailer an. Das war's. Ja, das ist Spoiler. Sich offizielle Trailer angucken. Ja. Okay. Ha, ja. Selber genau. Das sah geil aus. Gut. Was war das für ein Dance? Was? Pedro hat komplett den Switch Dance gemacht. Wenn es so stark wäre wie du, hätte ich bestimmt keine Schwierigkeiten. Oh mein Gott. Also triffst du auf Level 22 aus Sichtlohr, was kostbar zu dumm ist, um irgendwelche Attacken zu machen. Dann ist das schon manchmal ein bisschen krüppig. Wenn es irgendwelche Attacken gemacht hätte. Da ist ein Pikachu. Kraft-Dwarfs. Okay. Du kannst bitte einfach drinnen bleiben. Das erspart uns allen viel. Natürlich nicht. Nervieren. Du musst wohl eher. Und dann müssen wir sein Reekits. Das sieht so süß aus. Oh, da ist ein Poké-Bank. Yay, Pampuli mit der Fähigkeit. Das kommt ins Team. Die neuen Pokémon fliegen nach und nach raus, sehe ich sie ja schon. Oh Mist. Ich wollte gerade schmeißen. Bist du nicht ein... Du bist jemandem von der Tiri, ne? Glammkörper von... Nein! Ah, ich habe es auf die Box geschickt. Ich bin... Boah, ich bin nicht mehr so bei der Sache. Du kannst dann das einfach wiederholen. Es ist ja hier kein Problem mit der Edition. Kami Haps entwickelt sich! Jaaa! Kami Haps. Haps, Haps. Mein Wundertausch, Kami Haps. Oh! 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 Boah! Kami Haps wurde zu Kami Haps. Männlich! Es ist okay jetzt. Let's go! Du musst die Stimme halten. Ich würde es gerne fangen. Offenlegung. Au! Jetzt regnet's. Es regnet's. Es ist gerade im Kampf, dass es regnet. Es regnet's wirklich. Es regnet wirklich bei mir. Neues regnet bei mir auch. Da tauchen jetzt andere Pokémon auf. Bestimmt, oder? Oder viermal. Okay, das macht nicht mehr Schaden. Du kannst aufhören! Fünfmal! Es ist nicht effektiv! Hauf jetzt! Doppelkick. Okay. Ding. Das macht mir jetzt auch keinen Schaden. Das ist schon mal gut. Ich mach mal Egil. Das tue ich mir selber weh, ne? Oh, ich mach mal Doppelkick. So und Steady. Bopp! Ins Gesicht. Und nochmal. Nein! Er hat mich verbrannt. Halt, das hat doch nochmal eine dritte Entwicklungsstufe, ne? Latiri hat drei, oder? Ja. Wird das dann Feuerflug am Ende? In dritter Entwicklung? Weil in zweiter Entwicklung scheint's ja... Das hätt ich gerne. Als Flug-Pokémon. Oh, oh. Au. Ja, sieh so, Kids. Ich werd dich dann da wieder überleben. Ich muss jetzt erstmal entsprechen. Äh, hoppala. Das, äh... Ich dachte vielleicht, du überlebst das. In der Film. Ja, ja, sieh so, Kids. I know. Greife noch einmal an, bitte. Oh, Scheiße. Ah, Bluuu! 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 Ich würd dich halt gerne fangen, muss ich ehrlich sein. Sichlo, gehorcht mir nicht! Ey, was wollt ihr? Ey, Tani, wir brauchen eine Ohne oder so. Ja, wir müssen mal... ganz kurz ein Stück weiterkippen. Sichlo, gehorcht mir überhaupt nicht. Keine Chance. Ja, das wird ja bei der Arena lustig, wenn wir da überlevelt reingehen und die Puppen gehorchen nicht. Echt? Also von mir ist das kein Problem. Also von mir gehorchen sind es jetzt alle. Es ist okay, jetzt ist Level 21. Wo was ich mir auch? Oh, ich hab's getan. Ich hab bis jetzt echt noch keine Regenlöhne. Gut, das... Also den Level 22 gore ich mir fast gar nicht. Das war eine EXP-Bombe. Nice. Zertrümmerer, was? Wer will das denn? Oh, gut. Ja. Und Attacke mir. Okay. Latiri, Feuerflug. Du... Ich müsste die eigentlich mitnehmen. Ich muss dann später mal gucken, ob ich das... ob ich noch ein anderes Feuer-Pokémon finde, ob ich das mitnehme. Oh, geh weg! Ähm... Beutel... Der Leber... Das da. Trank... Das da. Ich kämpfe grad gegen den fetten Typ mit der Krawatte. Mhm. Der war okay. Das tust du aber cool. Oh, oder? Boah, sich logo heucht mir nicht. Ey, das ist... Bin ich denn jetzt gelandet, bitte? Da ist ein Trainer, definitiv. Ich glaub, Level 22 ist so die Grenze, wo die eigentlich mehr gehorchen. Also im Zweidrittel aller Fällen gehorchen will sie nicht. Okay. Das ist schon krass. Ich renne jetzt noch ein bisschen hier rum. Bevor ich den Trainer mache, renne ich ein bisschen jetzt hier rum. Oh, shit, hier geht's runter. Da liegt auch ein Item. Da unten ist wie ein Glitzy-Pokémon. Oh, shit. Du bist nur schon wieder. Ich mach den Trainer und dann hole ich mir das Glitzer-Pokémon da unten. Ich habe einen Flatter-Tutu. Hier hinten... Hier hinten ist übrigens ein Platter-Tutu, ne? Ganz hinten. Ne, der weiterläuft. Ich weiß nicht, wo du bist. Einfach weiter hin und lautschen. An dem vorbei, an dem Trainer, immer weiter. So, da ist gerade. Bin ich gerade irgendwas? Oh, hoppala. Wieso töd ich die alle? Wieso töd ich die alle? Wo warten das jetzt? Da hinten irgendwo... Wo ich jetzt reingelatscht? Nein! Oh, scheiße. Bin irgendwo reingelatscht. Ich bin reingelatscht. Jetzt habe ich das Moped am Reifen dran. Scheiße. Lass mich gehen. So. Der Trainer-Kampf. Und dann springe ich da runter, wenn du das Glitzer-Vieh. Ich weiß nicht, wenn du nicht ein Pokémon hast. Jetzt hab ich den besten Pokémon. Was bist du denn? Du bist aber auch cute. Ich bin zu hoch. Hi. Leichter Mut. Okay. Schlafgute. Oh, nö. Verfehlt. Oh Gott. Zwei Kräfer-Kampf. So, große. Ja, schlaf du bitte ein. Da, komm. Nicht mit mir. Was soll ich benutzen? Es ist ein Mehrschaden. Oh, es nimmt sich nicht viel. Ist aufgewacht. Ach komm schon. Au. Shit. Ich habe ein Stück und es wird verwirrt. Pachirisu wurde gefallen. Geht's? Ja, zwei. Okay. Wow. Aber so die Trainer vom Level her ist ganz gut gerade. Das gefällt mir. Die Frage ist, sind wir... Dass wir irgendwo sind, wo ich ist. Das Ding ist, ich frage mich halt, sollten wir hier gerade schon sein oder ist das schon ein Stück weiter eigentlich? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind ein Stück weiter. Das Ding ist, wir sind aber gerade genau das Level hier. Also hier passt es gerade wieder. Ja, aber dann kommen wir dann bei ersten Erinnerungen und das sind wir Level 12 oder so. Hui, Hoppelupf. Hoppelupf. Ein Hoppelupf. Hoppelupf. Ein Ort, da ist das Ding. Hoppelupf. Hoppelupf. Okay. Okay. Hoppelupf. Aber dann kommt es auch her. Hoppelupf. Ich will mal das Glitzer-Ding holen, dann können wir gerne mal straight zur ersten Arena gehen. Ich hoffe, das Glitzer-Ding ist noch da. So, das waren sie, ne? Ja. Bist du denn, du? Ich stehe gerade neben so zwei Dudes. Äh, hier ist so ein Trainer hier oben, auf dem... Äh, ich sag's mal. Den hab ich gerade... Hier oben, ja. Ja, da, ich seh dich, du bist. Ich bin hier. So, du stehst vor mir. Alter! Was machst du da? Ich kämpfe gegen einen Dudes. Gegen was? Gegen einen Koalilu. Koalilu? Was ist denn Koalilu? Ein Koala. Und der macht mir gerade schon richtig hart weg. Ich seh das nicht, leider. Seh ich noch stirbt gerade. Ich gucke mal, ob das Glitzer-Ding noch da ist. Hab ich von hier oben gesehen. Ich glaub, die Glitzer-Dinger sind nur abends, oder? Kann das sein? Nee, da unten ist es. Nee, da unten ist es. Kloch-Animal! Au. Boah, der Koala, der hat wohl kein Buffet, aber so gar nicht. Oh mein Gott. Hi! Du bist auch so cute. Oh Gott, du bist auch so süß. Ähm, scheiße, wie hieß es denn nochmal? Mehikel. Oh, du bist auch so süß. Dreck ist, es wird da. Drittes Fang. Boah, der Koala, Alter. Alter, was ist mit diesem Koala? Nicht in Ordnung. Ich verballe hier ab. Einmal in der Bälle. Der will aber nicht. Ich hab noch ein paar. What the fuck? Was ist denn hier los? Ja, Ani. Klapp schön. Einmal was Schönes. Ey, ich verzeufle doch, Adi. Warum verzei, was ist denn da? Der bleibt nicht drin. Der ist schlecht, ne? Ach so, wirklich, der ist schlecht. Oh, fuck you, Koala. Koala. Ein Koala. Ja, ich hab gleich keine Bälle mehr, wenn das so weit geht, ey. Was ist denn für ein Turm da oben? Alter, bleibt doch mal kommen. Du bist ja im Roten, was soll ich denn noch machen? Ich glaube, ich würde schon, du müsstest eine Superbälle kaufen oder so. Wir sollten echt erstmal zuerst nach Räder gehen. Ja, lass uns das gleich mal machen. Ich brauche Superbälle. Okay, ich hab's. Ich kann ja auch nicht die Pokémon hier, dass man irgendwo so befindet. Es ist doch Open World, wir kommen doch immer wieder hin. Ja, Pichu hab ich trotzdem nicht mehr gefunden. Nee. Boah, da geht ich doch alleine. Da geht ich doch alleine. Boah, Alter. Dieser Koala geht mir so auch aufs Sein. Wo ist denn das drin, was hier noch war? Wann das jetzt? Ach so, nee, okay. Boah, Alter. Ja, okay, der Koala ist nicht fangenbar oder so. Keine Ahnung. Also ich hab jetzt schon 20 Bälle geworfen oder so. Du, wo ist das Glitzerli? Hier ist ein Fundus. Willst du mich verarschen? Was ist das da? Alter, what the fuck? Was dürften da hinten bitte lang? Was ist das? Oh, scheiße, der war unlicht, ne? Ich sollte ihn irgendwie paralysieren, das wäre echt mal schlau. Danke, oh mein Gott, ey. Wenn wir das mal gucken, wie er dagegen ankommt, das weiß ich halt gar nicht. Was ist das Glitzerli da unten? Ich will noch wissen, was das Glitzerli da unten ist. Dann können wir uns ja zurück teleportieren und dann... Scheiße, ich war noch nicht bei dem Dings oben. Vielleicht gibt's ja auch einfach einen Weg da hoch. Oh, sehr effektiv. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ah, sehr effektiv. Das ist vielleicht nicht so geil. Pamo entwickelt sich. Das Knuffelding von Anfang. Es entwickelt sich bei mir. Oh, cool. Das Elektro-Ding. Nein. Oh mein Gott, das wirst du lieben, ey. Riolo entwickelt sich. Riolo entwickelt sich. Na, na, na. Es wird zu Elektro-Kampf. Nice. Riolo wurde zu Lucario. Das fand ich damals auch immer cool, Lucario. Kampfstahl. Das gefällt mir. Aurasphäre zu... Was ist denn Aurasphäre? Kenn ich das? Was macht denn das? Stärke. Machen wir Konter dafür weg. Da unten ist ein Litzerli. Was war das gerade, was hier weggelaufen ist gerade? Warte mal, was ist das da? Was bist du denn? Hä? Was ist das? What the shit is this? Läutersalz. Hä? Geosalie. Was ist denn Geosalie? Was machst du da? Ich finde hier komische Pokémon. Was ist denn Geosalie? Katapult. Wat? Au. Au. Kopfnuss. Ah. Hypnose? Scheiße daneben. Bist du jetzt schon wieder? Äh. Da unten bin ich runtergejumped. Au. Da war Trasla K.O. Das ist deine Mistding. Oh shit. Ja, möchte ich. Ich möchte das sagen. Du bist zu guter gejumped. Bin irgendwo noch gesprungen. Ja, ist so. Ich weiß was, was ich auf der Karte nicht sieht, das finde ich ein bisschen doof. Ich kämpfe gegen den Trainer hier oben und dann gehe ich mal hier irgendwie zu, zu irgendeiner Arena, keine Ahnung. Ja, ich muss in der letzte Arena. Also hier rechts neben mir ist ein Trainer, da war ich aber noch nicht. Bisschen wie den meins. Nee, oben, ich bin oben immer noch. Aber gegen die Trainerin da oben habe ich schon gekämpft. Ja, ich meine ja nur, ich bin oben, weil ich weiß noch nicht, wo sie das runtergesprungen ist. Ich bin hinten runtergesprungen, einfach dort weiter und direkt runter, wo die ist. Okay, wo ist da hin? Ich gehe in unteröpflichen Salzschichten, okay. Das macht also Spaß. Also die erste, wenn, dann würde ich gerne noch vorher machen, aber ich weiß nicht mehr, aber ich bin echt zu mega durch, ey. Ich gönne mir die gleich. Ich will bloß das Blitzer, die noch hier unten holen. Mann, also wenn ich einmal sehe, weiß man, gut, halt. Das muss ich, also, da kann ich natürlich nicht eins. Was ist es hier hinten, bitte? Es leuchtet so hell. Was bist du denn? Was ist das, Level 30? Oh, ich spiele auf die Fresse jetzt. Oh, ich kriege mich auf den Deckel. Was bist du? Du bist irgendwas Neues. Bist du denn? Keine, wenn du da runter guckst, bei der Klippe, wo die Trainerin da oben ist. Da siehst du unten ganz viele Tümpel. Da unten bin ich bei den Tümpeln. Das hat einen Totenschädel auf dem Kopf, das ist jetzt Gift wahrscheinlich, oder? Da habe ich gerade, das ist Gift. Keine Ahnung, wo du jetzt hier gelaufen bist. Hab ich dir gerade gesagt. Ja, das ist Gift. Ja, aber wenn ich hier runter gucke, ist hier halt wie so ein Fluss und keine Tümpel. Biskargott. Biskargott? Das kenne ich nicht. Biskargott? Oh, das ist cool. Ja, das ist hier unten. Gut, also keiner, wo du bist. Ich fliege, glaube ich, jetzt irgendwo hin oder so. Ich komme jetzt auch gleich zurück. Feuer Odem! Was bist du denn? Keine Wirkung. Scheiße, ich wollte gerade... Was bist du denn? Das ist sehr effektiv. Ein Blip. Das Ding ist ja Level 33. Hypnose? Hypnose. Aquarelle, oh oh. Au! Ja, das habe ich kommen sehen. Ähm, kann man sehen, ich gehe jetzt eh gleich zum Pokémon Center zurück, weil ich das Ding nicht fangen kann. Boah, die Pokémon brauche ich mir halt überhaupt nicht mehr. Fellis. Oh, Fellisoba. Das wird komplett richtig durchschief. Alter. Ich hätte das andere machen sollen. Ja, nicht andere machen sollen. Nein, das bringt nichts. Wow, ich habe es getötet. Eigentlich wollte ich es fangen, ey. Hier, Regentanz ist okay. Hier ist ein Hund, Mann. Ja, ich habe auch eins gesehen vor uns. Also, Hunduster habe ich gesehen, aber das habe ich getötet aus Versehen. Ja, mach Regentanz. Mach irgendwelchen Bullshit. Oh, danke, mach irgendwelchen Bullshit. Das ist super. Mann, scheiße, hier ist... Ja, mach weiter. Mach einfach weiter. Alter, perfekt. Du hast perfekt. Mach weiter. Wieso bin ich jetzt in Hundemont reingelaufen? Ich wollte doch wegfliegen. Näh, wie 24 Scheiße, Tati. Ich habe mal Level 30 hier vor mir stehen. Au. Und Sichlo gehorcht mir nicht, Alter. Das ist ein Schnecken-Pokémon. Oh, das hat Bullshit. Oh, das hat Bulle eingesetzt und ist weg. Das ist hübsch. Das ist hübsch. Ich mag das. Das ist hübsch. Bist du denn? Da, oh, da hinten. Alter. Du bist ganz nach Norden gelaufen in Zone 4. Man sieht dann auf der Map, du bist ganz woanders. Oh. Hoppala. Was ist denn das jetzt? Wasser ist das nicht, oder? Zu welcher Arena wollen wir denn zuerst überhaupt kommen? Zur ersten. Also zu der, die auf dem Weg gleich als erstes auch ist. Also zur Käfer-Arena. Ja. Okay, dann mache ich aber gerade mal hier eine Aufnahmepause. Also das Schnecken-Pokémon, muss ich sagen, finde ich echt irgendwie cute.